herzlich willkommen beim eintracht frankfurt podcast im jahr 2021 mein name ist rené außerdem heute mit dabei der duke ja servus hallo der marvin die patricia hallo und wir haben heute einen gast den quirin von create football hi quirin freut mich dass ich dabei sein darf immer gerne ja normalerweise kommt an dieser stelle das housekeeping das schieben wir heute mal ein bisschen nach hinten weil wir haben wichtige themen zu besprechen da war dieser abgang dieses stürmers bastost der zumindest für mich so ein bisschen überraschend vom zeitpunkt her kam so kurz vor dem geschenke auspacken am 24 tatsächlich und dann kam der queeren um die ecke und sagt wir sind create football wir haben uns mal so ein bisschen die sachen angeguckt und wir haben coole alternativen die vielleicht für die eintracht da interessant werden und haben wir uns gedacht die anderen reden alle so ohne irgendwie datenbasis drüber lass es uns doch mal richtig machen und wir reden mit datenbasis darüber deswegen ist der quirin heute da bevor wir über die spiele sprechen die ihr da rausgesucht habt erklär uns doch mal kurz was ist denn create football was kann man sich darunter vorstellen und wie kann man euch finden ja uns kann man auf instagram finden und der create football unterstrich kommen aber wir sind aber auch auf facebook vertreten wir haben auch eine website create football.com wir haben auch einen eigenen podcast vielleicht ist ja mal jemand von euch zu gast wenn wir über die eintracht sprechen create football der internationale fußball podcast überall abrufbar genauso wie der eintracht podcast ja wir sind sozusagen ein portal über den nationalen und vor allem auch über den internationalen fußball wir analysieren wir berichten über bestimmte spiele über spannende teams über spannende vorgänge in liegen ob es jetzt der neu zugang von leverku mögliche neu zugang von leverkusen ist kamaldin sulemana oder ob es gaziantep ist die in der türkischen liga seit 17 spielen ungeschlagen sind wir suchen uns da eben spannende themen raus jeden tag kommen da post kommen da neue infos für unsere follower und wir gehen den ganzen geschehnissen eben ein bisschen mehr auf den grund wir berichten nicht nur sondern wir gehen da eben auch in die analyse wir haben da eine kooperation mit instat football die betreuen auch mit ihrem datentool viele fußballvereine in deutschland auch im ausland und dadurch können wir eben einen objektiven ansatz sozusagen fahren und mit den daten eben genau in der tiefe graben wo liegen wirklich die gründe begraben warum bestimmte dinge denn so ablaufen oder warum bestimmte spieler interessant für bestimmte teams sind und da bei eintracht frankfurt ist natürlich super interessant mit bastos der gegangen ist wer könnte kommen es soll ja definitiven spieler kommen und da springen wir jetzt nicht auf den zirkze hype train auf sondern suchen mal vielleicht in anderen ländern paar alternativen die auch wirklich dem spieler typen dost entsprechen und stellen die heute mal euch vor okay warum springt ihr nicht auf den zirkze hype train weil er sagt er passt vom vom spielcharakter her nicht oder einfach weil er sagt ihr wollt euch nicht an diesen mainstream gerüchten beteiligen ja beides so ein bisschen also ich sage mal so zirkze ist natürlich ein interessanter spieler der hat auch ein gewisses potenzial das kann man nicht bestreiten aber wir sagen jetzt halt nicht ja der hat jetzt vielleicht noch nicht so gute stats und könnte aber in zwei drei jahren die guten stats aufrufen wenn man sieht dass die eintracht jetzt den spieler braucht der eigentlich eine sofort hilfe sein kann so eine zirkze könnte man sich dazu holen wenn man sagt man hat ein zwei stürmer oder besser zwei stürmer mit denen es passt zum beispiel wenn man den dost behalten hätte könnte man den zirkze möglicherweise als perspektivspieler da auch als dritten stürmer mit reinbringen aber wenn man sagt man braucht eine sofort hilfe dann musst du eben nach spielern schauen die jetzt schon ein gewisses niveau erreicht haben sei es auch in der anderen liga und auch die werte auf die wir später zu sprechen kommen von dost zumindest mal in der anderen liga auch matchen können so dass sie dann zumindest auf einem annähernd gleichen niveau auch sind okay interessant querien eine frage ihr müsst ja hier verschiedene variablen haben damit auch was miteinander vergleichen könnt und da habt ihr einfach als feste basis gesagt wir suchen tatsächlich einen klassischen ersatz für dost ihr habt euch die werte von dost angeschaut und habt gesagt jetzt ist er weg jetzt brauchen wollen wir schauen wer wäre ein klassischer ersatz für dost das ist euer ansatz so habe ich das jetzt falsch verstanden da hast du eigentlich recht damit also bei uns wir gehen viel über spieler typen über spielstile bastos ist so der typische target man ist eben einer von möglichen fünf spieler typen bei stürmern da gibt es dann auch sowas wie mobile striker shadow striker die eben alle so bestimmte fähigkeiten sage ich mal miteinander kombinieren und der shadow der target man der dost eben ist ist eben dieser klassische mittelstürmer physisch stark der den ball fest macht auch für seinen mitspieler mal mal auflegt ein super kopfball spiel hat gerade in der offensive und auch eben mit seinen flügelspielern auch gut zusammen spielen kann aber den ball natürlich auch mal ins tor bringt und so einen spieler hat die eintracht jetzt eben nicht mehr im kader und wir sind davon ausgegangen gerade auch nach dem interview was was bobitsch geführt hat dass man eben so in die kategorie zirkze eben rein möchte also sei es jetzt vom spieler der noch ein gewisses potenzial hat aber auch vom spieler typen her deshalb sind wir eben in diese schiene reingegangen auch eine art target main zu suchen der eben zusammen mit silva oder auch ohne silva da vorne drin auch mal auflaufen kann okay sehr gut ja okay spannend dann bin ich jetzt mal gespannt weil da sind ja auch so einige gerüchte schon so am am rumwabern jovic ist ja so ein thema was darum läuft wo glaube ich ganz viel herzblut von eintracht fans auch drin steckt aber auch zirkze hatten wir gerade eben schon gesprochen lammers war glaube ich auch ein kandidat den ich jetzt öfter mal gesehen habe ich bin mal gespannt was ihr da so an an spielern rausgesucht habt und warum ihr gerade die rausgesucht hat also warum ihr sagt die würden gut zur eintracht und als ja spieler neben einem silva da ganz gut reinpassen magst du mal vielleicht doch den ersten in den raum werfen ja gerne also da muss ich vielleicht noch kurz ergänzend dazu erklären dass wir da sogenannte kpis festlegen für den target man sozusagen also kpis sind key performance indicators die eben beschreiben welche werte sind wirklich wichtig für einen target man weil ob ein target man jetzt gut flanken kann beispielsweise ist egal oder was heißt egal aber ist nicht so sonderlich wichtig da gibt es wichtigere faktoren okay und bei bastos sind das zum beispiel die offensiv zweikämpfe da ist er wirklich bären stark gewesen hat er ich habe die ganze zeit bei der eintracht betrachtet die 36 bundesliga spiele von bastos hat das 7 offensiv zweikämpfe pro spiel gewonnen sind 56 prozent was wirklich ein außerordentlich guter wert ist für den stürmer auch seine 5,5 gewonnenen kopfball duelle mit 57 prozent erfolg reicher gestaltung sind auch sehr sehr stark und das sind eben zwei faktoren die man da schon so ein bisschen im hinterkopf behalten muss und nach denen wir dann eben natürlich auch potenzielle ersatzspieler sag ich mal gesucht haben und da gehe ich direkt mal auf den ersten ein den ich auch schon direkt auf dem titelbild für unseren post der morgen bei uns erscheinen wird auf instagram direkt auch schon drauf gepackt habe und das ist charmer nicholson vom rsc charleroi aus belgien super interessanter spieler 23 jahre alt er ist 1 92 groß nationalspieler jamaikas und der erfüllt eben einige dieser kpis wirklich jetzt schon sehr sehr gut und ist zudem auch tor gefährlich und legt auch für seine mitspieler häufig mal ab klingt jetzt grundsätzlich natürlich gut aber die frage die sich dann mir auch immer wieder aufdrängt ich weiß nicht bist du überhaupt noch da weil irgendwie habe ich das gerade gefühl er ist weg ne ich bin da ja ah ja sehr gut die die was mich jetzt interessieren würde ihr berechnet aber jetzt nicht die wahrscheinlichkeit beziehungsweise die also die möglichkeit eines transfers tatsächlich ne es ist jetzt geht es ist nur ein rein theoretischer aspekt der würde von dem aspekt der ähnlichkeit zu bastos und gleichzeitig auch was die eintracht sucht gut passen aber das ist irgendwie relevant ist wahrscheinlich eher nicht zwingend weil ich meine wenn er sechs tore geschossen hat jetzt in der jupiler pro league da wird er für den einen verein auch relativ wichtig sein und das heißt dass es für uns nicht zwingend realistisch ist mit einem betrag von was weiß ich zwei millionen ihn verpflichten zu können was im raum steht was wir vielleicht zur verfügung haben genau da machen wir uns natürlich auch gedanken wir arbeiten auch mit einigen vereinen zusammen haben da auch so eine business variante sozusagen von create football geschaffen wo wir auch wirklich vereinen diese in dieser schiene beraten die eintracht ist leider noch nicht dabei wenn freddy bobitsch zuhört kann sich gerne bei uns melden weil wir eben so beim scouting unterstützen weil bei vielen vereinen eben immer noch dieses netzwerk scouting am laufen ist dann ruft man berater an ob die nicht einen spieler verfügbar haben oder man schaut sich viele videos an und ja man man tappt da so ein bisschen im dunklen versucht dann den spieler zu finden der vom subjektiven eindruck des scouts einen guten eindruck macht so wie jetzt ein zirk zu denen hat man da zwei drei mal in der bundesliga gesehen da hat er mal ein tor gemacht da hat er mal ein kopfball gewonnen und viele scouts verlassen sich dann eben da extrem auf ihren subjektiven eindruck und ohne da jetzt jemanden kritisieren zu wollen weil der subjektive eindruck den habe ich natürlich auch ich kann jetzt halt objektiv in die daten reinschauen und mir deswegen anderes bild auch schaffen aber das ist eben so ein punkt dass in die daten reinschaust bevor du in irgendein video oder ein live scouting reingehst damit du einfach schon mal weißt welche spieler sind überhaupt ja interessant weil sie ein ähnlicher spieler typ sind wie der spieler den ich brauche und es ist eben bei charmer nicholson genau der fall dass du eben jetzt weißt okay der spieler gewinnt 53 prozent seiner kopfball duelle ist damit der beste spieler den aus denen die wir herausgefunden haben hat eine solide chancenverwertung gewinnt sieben offensiv zweikämpfe also alles werte die andors dran reichen dazu ist er noch recht jung mit 23 jahren und auch sein marktwert von zweieinhalb millionen und da die tatsache dass er auch fünf mal nicht von anfang angekommen ist in der liga zeugt alles davon dass man ihn für so eine summe um die fünf millionen mit sicherheit auch verpflichten könnte und das sind alles faktoren die wir dann eben so eine endgültige transfereinschätzung einfließen lassen okay verstehe ich hoffe ich habe jetzt nicht erschlagen hast du denn vielleicht wenn du dir weitergehende gedanken gemacht hast vielleicht noch die eine oder andere option für uns die wir bereits oder die bereits diskutiert wird vielleicht auch es gibt ja du hast ja eben ein schon angesprochen dass du dich nicht über circa großartig äußern willst weil er für dein dafür halten vollkommen verständlich auch nicht die kriterien hat also denen nicht entspricht aber es gibt ja durchaus vielleicht andere die eher näher kommen könnten wie in sam lammers der ebenfalls relativ groß ist mit 189 auch 23 jahre alt natürlich noch mal eine andere kategorie marktwert von 9 millionen weiß nicht hast du dir das mal angeguckt oder könntest uns dazu input geben welche möglichkeiten siehst du da noch genau also ich habe zirk zu mir natürlich auch angeschaut bei ihm man musste auch so ein bisschen den datenfokus in ja so ein bisschen ausklammern bei ihm weil es schwierig ist ihn zu bewerten also er hat jetzt in der saison drei spiele in der ersten liga gemacht drei spieler der dritten liga für bayern 2 und wir sagen immer man braucht mal mindestens zehn spieler um den spieler so ein bisschen einschätzen zu können weil natürlich diese drei spiele von ihm auch einfach ja in der over performance oder an der performance gewesen sein kann deswegen habe ich mir bei zirk vor allem die stats mal aus der letztjährigen drittliga saison angeschaut wo die bayern ja schon ja die dritte liga ordentlich aufgemischt haben und auch da wenn du jetzt den vergleich siehst mit charmer nicholson der sieben kopfball duelle gewinnt und bei zirk zu waren es in der dritten liga nur 0,63 pro spiel das ist halt schon ein extrem deutlicher unterschied und dazu kommt dass er auch derzeit am fuß verletzt ist bei zirk zu wo man auch nicht so genau weiß wie lange das noch dauert deswegen daher finger weg von ihm sein lamas habe ich mir natürlich da nach dem nach den berichten von heute auch angeschaut bei ihm kommt ja sowieso eigentlich nur eine laie in frage ist ja erst im sommer zu atalanta gewechselt bei ihm muss man auch selbst wenn die daten sogar ganz solide ausschauen so ein bisschen anmerken dass er jetzt nicht mal 200 minuten gespielt hat in der hinrunde bisher für atalanta also da quasi der ersatz vom ersatz von muriel ist und auch im letzten jahr eine schwere knieverletzung hatte auch da nur neun spiele gemacht hat auch nicht immer über die volle distanz deshalb auch aus den gesichtspunkten ein bisschen kritisch haben wir da trotzdem mal 19 spiele rausgesucht die er so gemacht hat habt ihr mal auf 90 minuten gerechnet also nicht pro spiel geschaut sondern pro 90 minuten wo dann die werte die ja in den minuten die er spielt so natürlich hoch multipliziert werden um mal zu sehen okay was wäre möglich bei ihm sind 2,8 gewonnene kopfball duelle und zumindest 38 prozent gewonnen offensiv zwei kämpfe also auch ganz ordentlich war aber wie gesagt auch nur die die holländische ehredivise deshalb auch bei ihm würde ich den daumen eher senken vor allem weil es auch bei ihm natürlich nur eine halbjährige laie wäre und da wahrscheinlich auch eine kaufoption eher schwierig zu vereinbaren ist soll so ein bisschen die frage was dann da drin ist ich glaube man kann da über relativ viel durchaus auch reden und ich glaube das ist ja auch so mit ein thema auch bei dieser zirkste thematik nicht nur dass man vielleicht weniger weiß wie der spieler tatsächlich da an der stelle dann performt sondern auch vermutlich da eine eine kaufoption erwartet wird die vermutlich mal den finanziellen rahmen doch so ein stück weit sprengt wenn ich zumindest halt sehr stark belasten wird genau da hat ja gerne jetzt stelle ich mir immer so ein bisschen die frage so vergleich mit dost ist das eine aber was wir ja auch immer wieder bemängeln und was wir ja auch von von hüttler gehört haben aber auch von spielern immer wieder gehört haben beziehungsweise was wir wie gesagt immer wieder bemängeln ist so dieses thema geschwindigkeit das ist jetzt schön zu gucken okay wer hat ähnlich wie dost's diesen diesen charakter zweikampfquote kopfbälle ich bin der meinung wir bräuchten halt irgendjemanden der da halt auch sprint technisch so ein bisschen was leisten kann um halt auch mal einen raum aufzumachen in denen sich dann auch in silva oder auch dahinter irgendwie in barkok in junis in karmada wer auch immer mal irgendwie rein bewegen kann ist das so ein kriterium auf das ihr da auch geguckt habt und könntest du irgendwie ein tipp abgeben von denen die du da auf der liste hast wer da vielleicht so sprint technisch vorne ist ja dazu muss man erwähnen dass diese ganzen sprint und ja wie sagt man diese diese ganzen bewegungsdaten von spielern im datenfokus noch recht wenig zu finden sind weil es eben in den liegen auch so eine ja auch so eine sache wieder ist inwiefern sowas dann auch getaggt wird also auch wirklich gemessen wird da gibt es viele messfehler deshalb haben wir da den fokus noch so ein bisschen weggelegt und wir sind auch der meinung dass die eintracht mit mit barkok auch mit junis zwei schnelle spieler in der offensive schon hat die man da auch ins zentrum vorne zu silva mit reinstellen könnte könnt ihr gleich mal sagen wie ihr sowas sehen würdet und du hattest ja auch selbst in dieser berühmt berüchtigten büffelherde jetzt auch mit rewitsch und mit jovic zwei spieler die natürlich schon ein gewisses grundtempo hatten aber jetzt auch keine weltklasse sprinter waren deshalb sehen wir da jetzt eher nicht zu dem bedarf okay ich habe ich habe noch eine frage ferien an dich und zwar jetzt ist natürlich hier ihr geht ja weg wo ihr wollt ihr eigentlich mit eurem system weg von diesen subjektiven wahrnehmung hin zur objektivität das so verstehe ich das zumindest jetzt ist natürlich hier so ein bisschen das problem wo ich mir zumindest wehtue ist ein vergleich eines spielers der dann in der belgischen liga gespielt hat natürlich da auch seine spielzeit bekommen hat hin zu wie schlägt er sich in der bundesliga wie macht das hast du jetzt auch schon gesagt dann sagst du mit dritten liga hin zur bundesliga ist natürlich super kompliziert gibt es da irgendwie für euch eine methodik oder habt ihr da auch ein mittel gefunden zu sagen jawohl klar wir haben hier noch den faktor den können wir vielleicht noch mit einrechnen dann ist er sind auch die liegen und der spieler dadurch miteinander vergleichbar weil eigentlich vom grundprinzip her kann man ja nur sagen wenn jetzt der spieler x schon mal gegen was weiß ich wolfsburg gespielt hat und die in die gegenspieler hatte macht er das beim nächsten mal auch und war auch bei der mannschaft und dann sind die daten ja eigentlich sonst hast du ja wieder eine extreme subjektivität drin denn das ist ja ein riesiger ermessensspielraum oder habe ich da jetzt einen denkfehler da hast du schon recht damit es ist auch noch eines der hauptprobleme muss man auch ehrlich zugeben vom datenscouting dass du eben die liegen schwer vergleichen kannst du kannst natürlich die anhand von zig transfers da so einen gewissen wert errechnen den du damit einfließen lässt aber wie das dann am ende wirklich alles aussieht kannst du natürlich schwer sagen für uns sind immer so transfers wie zum beispiel herr der aus ütrecht kam sind so ja kleine punkte die man da so ein bisschen ran ziehen kann um einfach zu sehen okay wir hatten spieler der aus aus so einer liga von dem liga niveau gekommen ist wird der eingeschlagen und da hat man gesehen bei herr dass sich die daten echt wenig verändert haben und gerade bei dem stürmer es ist ja auch noch mal so wenn wenn der stürmer kopfball stark ist dann ist der in der belgischen liga kopfball stark aber auch in der bundesliga wird der jetzt nicht kopfball schwach sein und deswegen versuchen wir immer dass du dann in bestimmten punkten besser bist vielleicht auch als der spieler den du ersetzen sollst weil man davon ausgeht dass die werte schon zumindest ein bisschen runtergehen was ja auch logisch ist wenn das liganiveau einfach höher ist aber man muss auch ganz klar sagen gerade bei der eintracht zieht man ja dass du auch einfach mal das risiko gehen musst weil du kannst nicht immer nur in deiner liga schauen um dann zu sagen ja okay der war jetzt in meiner liga wirklich gut dann wird auch bei mir weiter zu treffen weil das kannst du natürlich auch nie bekommst natürlich auch nie garantiert aber da hast du schon so einen der wunden punkte des datens scoutings so ein bisschen angesprochen aber wir sind natürlich trotzdem der meinung dass man so ein bisschen die scheuklappen vieler bundesligisten ablegen sollte und dann ein bisschen über den tellerrand hinausschauen sollte und das risiko auch einfach mal wagen sollte gerade wenn es jetzt keine wahnsinnig hohe ablösesumme ist sind wir immer für kreative lösungen sind wir auch hier immer gerne ja ja klar aber ich meine es ist halt genau das beispiel was ist eine relativ niedrige oder einigermaßen akzeptable ablösesumme das ist genau der punkt ich habe jetzt vorhin was von fünf millionen gehört das mag in der theorie in der großen fußballwelt allein nur von zahlen vielleicht so sein dass fünf millionen nicht großartig viel geld sind fakt ist aber in den zeiten von corona sieht die ganze sache ein bisschen anders aus und deswegen kommen halt auch da noch zusätzliche faktoren hinzu dies auch für die eintracht gerade ein bisschen schwieriger machen ich habe noch zwei günstige varianten rausgesucht weil ich mir schon dachte dass das so was kommen wird da gibt es natürlich verschiedene varianten also einer ist thomas ori oder henry wahrscheinlich ori weil er auch franzose ist wie sein wie sein namensvetter thierry der spielt bei oha löwen auch in der belgischen jupila league hat schon 13 mal getroffen in 17 ligaspiel dieses jahr hat eine extrem starke chancenverwertung ist 1 91 großen richtiger büffel ist auch der spieler mit den meisten gewonnenen offensiv zweikämpfen aus denen die wir eben raus gefiltert haben mit fast 9 pro spiel ist ein sehr interessanter spieler hat einen marktwert von 1,8 millionen auch nur noch einen vertrag über zweieinhalb jahre also das ist auch jemand den sollte man für ein zwei millionen ja oder besser gesagt zwei drei millionen könnte man den durchaus auch an land ziehen und der zweite ist graziano pelle den kennt ihr vielleicht hat bei southampton eine ganze gute rolle gespielt war dann eine ganze weile in china ist jetzt ablösefrei und hat auch schon in einem interview anklingen lassen er wird einfach gern noch weiterspielen auch da mit dem gehalten bisschen runtergehen ist zwar schon 35 aber auch extrem stark in der luft extrem starken offensiv zweikämpfen das natürlich eine andere variante die man gehen kann wenn man sagt man braucht jetzt eine soforthilfe und verzichtet jetzt aufgrund finanzieller möglichkeiten erstmal auf einen spieler denn einen hohen weiterverkaufswert generieren könnte ich finde es geil also thomas henry muss man aufpassen dass man nicht thomas henry sagt plötzlich ein gin tonic bestellt ja also das ist aber das ist auf jeden fall eine spannende option habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört pelé ist natürlich jemand glaube ich jetzt auch schon mitte 30 glaube ich jetzt auch schon 30 also das ist natürlich könnte für den sofort effekt natürlich trotzdem einer sein mit der ganzen erfahrung die er hat auch du hast ja schon gesagt ehemalige italienische nationalspiele könnte ich auch mit mir reden lassen mal gucken ob er dann dieses konzept passt aber sehr interessante namen ich danke dir ja bitteschön also hat mich gefreut dabei zu sein bin natürlich gespannt wer es dann am ende wird ja man kann natürlich dann immer nur nur hoffen dass da die die vereine auch so ein bisschen wert auf sowas legen weil am ende des tages kann sich natürlich auch ein spieler mit eher schwächeren stats gut entwickeln kann da gut ins team reinpassen schlussendlich die daten sind halt einfach eine unterstützung für die vereine die ersetzen da jetzt nicht dass das live scouting oder auch das video scouting von einem professionell ausgebildeten scout mit viel erfahrung da habt ihr mit mit manga einen ordentlichen scout sitzen und mit bobitsch auch einen fähigen sportdirektor aber es sind definitiv namen die kann man sich mal anschauen ich habe ich hatte mir auch noch zu vangelis pavlidis und zu arthur cabral ein paar sachen aufgeschrieben sind auch noch zwei namen die ich einfach mal noch droppen wollte ansonsten ja freut mich dass ich dabei sein durfte und ja gerne mal wieder dann können wir mal ein bisschen die schwachstellen des kaders analysieren und die stärken wir können ja denn die nummer machen dass wir jetzt einfach mal gucken wenn dann ein spieler da ist dass du dann einfach noch mal kurz dazu kommst und sagst ob das jetzt rein von der datenlage ein guter transfer war oder eher ein weniger so guter jederzeit gerne also jederzeit transfer technisch könnt ihr euch da gerne bei mir melden dann machen wir dann noch mal eine kleine analyse draus hervorragend das hilft mir schon mal weiter ich bin nämlich in meiner saison beim football manager drei tage vor ende der saison muss mir auch langsam gedanken machen über neuen stürmer dann habe ich jetzt schon mal ein paar namen nicht abgrasen kann ich schreibe dich dann aber an ich brauche nämlich auch noch links verteidiger kann ich dir raussuchen super alles klar hervorragend dankeschön dankeschön und viel spaß in der weiteren aufnahme da war ja jetzt doch so ein paar namen dabei mit denen ich jetzt auf anhieb nicht viel anfangen konnte muss ich ehrlicherweise sagen bin mal gespannt wie kreativ die eintracht da tatsächlich dann auch so wird tatsächlich was für mich halt auch noch so ein bisschen unklar bei der ganzen thematik ist was tatsächlich der fokus bei dieser verpflichtung dann sein wird ob es jetzt wirklich um kurzfristige verbesserung des kaders geht in der hoffnung in der saison noch irgendwas reißen zu können oder ob tatsächlich dieses bilden von werten für die zukunft da eher im im vordergrund steht weil ich glaube so eine kombination für den budgetrahmen der da vorhanden ist zu finden wird nicht so wirklich einfach werden ja ich finde das auch sehr schwer weil ja auch gesagt wurde man will schon jemanden der eine soforthilfe ist und auch mal silvers rolle übernehmen kann aber auch dieses silvers rolle übernehmen impliziert für mich auch so ein bisschen spielen wir vielleicht auch einfach weiter mit einem stürmer und dahinter halt die drei zehner sozusagen und beziehungsweise zwei zehner und dann brauchst du ja quasi keinen zweiten stürmer der anspruch auf einen stammplatz hat weil den hat halt silva schon richtig oder baust du hinter silva schon jemanden auf als silva dann im sommer geht also was ist der plan ich checks auch noch nicht so ganz und ich ja das auch sehr schwierig zu lösen um irgendwie alle zufrieden zu stellen auch in der kombination mit mit ache der ja auch gekommen ist um irgendwie zu spielen der jetzt ja nicht die möglichkeit hatte irgendwie weil er verletzt war der aber ja jetzt auch so langsam aus seiner verletzungszeit wieder rauskommt der wird jetzt auch nicht so maßlos zufrieden sein wenn ihm dann einer voll die nase gesetzt wird und er noch irgendwie nach hinten rutscht ja so ist es nämlich vor allem hast du auch noch dann im sommer juwel jetzt der wahrscheinlich zurückkommt korrekt ist halt irgendwie schwierig da alles zu vereinbaren und ich bin froh dass ich die entscheidung nicht treffen muss weil ich glaube alle zufriedenstellen wird sehr 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 schwer ja definitiv also ich glaube aber schon dass es halt insofern auch schwierig ist dass man darüber nachdenken muss nicht zu sehr jemanden zu holen der perspektivisch irgendwie einem helfen kann sondern der gleich einen anzündmoment kreieren kann und das ist halt wirklich schwierig weil du hattest halt mit dost spiele wir haben auch auf kritisch über ihn gesprochen aber definitiv einfach jemanden der sofort aufgrund seiner erfahrung da war präsent war eine ausstrahlung hatte und immer torgefahr ausgestrahlt hat und das in diesem maße überhaupt zu bekommen wage ich sogar zu bezweifeln ja aber zumindest eine kategorie drunter das muss eigentlich schon sein also wenn wir mal uns von den namen lösen und eher sagen von dem profil was wir uns wünschen da wird es mir dann eigentlich schon darum gehen dass ich jemanden haben wollen würde der schon anspruch hat vielleicht stammt zu spielen ja aber darum auch kämpfen muss und gleichzeitig aber eine gewisse schnelligkeit trotzdem mitbringen ja und ordentlichen tor ich ja also das alter ist mir tatsächlich ist alter ist mir tatsächlich eigentlich relativ egal ich fand es jetzt auch ganz lustig wenn keine ahnung also pelé ist jetzt jetzt nur wirklich nur ein beispiel ja ich finde ja aber ganz ich meine wenn du auch es gibt ja einige ablösefreie spiele auf dem markt wenn du da zugreifen könntest und könntest eine lösung kreieren wo du gleichzeitig aber auch sagt silva ist trotzdem die nummer eins weil das müssen wir ganz klar festhalten silva ist von den spielern der im jahr 2020 durchgängig herausragend performt hat also da machen wir gar nichts aber für mich ist halt das was dahinter kommt viel zu wackelig ich sehe ein ache und wir wissen noch nicht genau was er über mehrere spiele zu leisten imstande ist in kamada auf dieser position ist überhaupt nicht mein fall deswegen wir brauchen jemanden markander aber aber in allen ehren aber der ist maximal mal beim training dabei und da wird gar nicht gesprochen deswegen gehe ich nicht davon aus dass der irgendwann mal eine realistische option sein kann dann wird es halt einfach dünn ja es ist halt echt schwierig an der stelle von daher fand ich jetzt die idee tatsächlich mit einem vereinslosen spieler falls du jetzt wirklich die situation hast dass du jetzt mal so gar nichts irgendwie findest was jetzt irgendwie in dein beuteschema irgendwie passt zumindest dass die rückrunde zu überbrücken und da ein paar optionen zu haben finde ich prinzipiell nicht verkehrt bevor man jetzt auf biegen und brechen geld ausgibt für einen spieler der einem dann halt auch irgendwie wieder nicht im nächsten jahr ins konzept passt du musst halt aufpassen bei den vereinslosen dass er auch so im saft und fit sind mit diesem individuell fit halten und so weiter das ist kann es auch sein dass er dir dann lange zeit gar nicht helfen kann und gar nicht mehr die die bundesliga tauglichkeit zeigt also ist es halt theoretisch dann in liegen gucken die halt in anderen zeiten spielen die halt jetzt quasi ihre son zum jahresende beendet haben irgendwie sowas ja also es ist auf jeden fall schwierig ja es ist was ich auch wirklich hier ein bisschen problematisch finde ist und wir beten ja alle drei gebete jeden tag in den himmel dass silva sich nicht irgendwie mal verletzt oder sowas weil dann haben wir ein riesen problem da bin ich voll bei euch dass wir einfach gucken müssen nicht dass es muss einer da sein der wirklich zumindest dann auch mal drei vier fünf spiele auf einem niveau spielen kann dass wir nicht sagen müssen oh gott wir schießen überhaupt kein tor mehr im moment sind es in den spielen ja immer so wir müssen uns eigentlich um die offensive keine gedanken machen das ist aber natürlich was da brauchen wir einfach noch mal einen ersatz und mit dost war es so wenn da eine ausfällt na gut mit dost kannst du keine song spielen das wussten wir alle aber der ist immer für ein paar spiele gut hat mal wenn du hast eben glaube ich richtig gesagt der hat den gewissen torriecher gehabt der hatte die präsenz vorne und hat zumindest dann spieler gebunden und dadurch war platz für andere wenn du dann achas der keinen namen hat oder auch ein anderer der einfach nur perspektivisch dann vielleicht da vorne was macht der reißt diese lücken auch für die anderen spieler nicht da wird es für alle schwierig und deshalb bin ich auch dafür finde ich auch gar nicht schlecht also mit dem system verpflichten eines vereinslosen wenn er wenn er uns sofort hilft auch dann und denkst und alles in ordnung ansonsten bitte nicht zu perspektivisch jetzt weil perspektivspieler können wir auch im sommer uns dann noch mal in ruhe drum kümmern er muss sich ja noch nicht mal verletzen ich will jetzt hier nicht zu schwarz malen aber er braucht ja nur einen positiven corona test zu haben dann fällt er für 14 tage aus wenn du dir den kalender allein für den januar anguckst je nachdem wie das halt ist da stehe eine menge spiele auf dem zettel ja also stimmt das kann halt jetzt auch dann schnell eng werden und da weiß ja keiner was irgendwie ist ja ja es ist es ist schwierig also ich würde tatsächlich auch so sagen dass halt für mich dann das striker gehen fast noch wichtiger ist als schnelligkeit auch wenn ich schnelligkeit eben schon angesprochen habe auch relevant und sehr relevant finde weil das ist ja genau das was ehrlich gesagt silber ein bisschen flöten geht der eine extreme durchsetzungsfähigkeit hat das hat mich jetzt auch das hat mich auch wieder gegen leverkusen also nicht überrascht aber es hat mir imponiert wie körperlich robust und stark der ist und der dann auch die guten bellen die beispielsweise mal von von hindi kam dass er die auch wirklich gut verarbeiten konnte das ist schon eine qualität die auch wirklich nicht jeder hat aber patricia du hast schon nickend beziehungsweise bejahend zugestimmt die schwindeligkeit ist halt so eine sache ja das ist auch so mit das einzige glaube ich was ich so vermisse bei ihm also das ist schon richtig guter stürmer und ich bin sehr sehr froh dass wir silber haben und auch um all seine stärken es ist halt immer nur dass es diese situationen gibt wo dann meinetwegen irgendwie ein steilpass oder irgendwas nach vorne gespielt wird und dann merkst du halt dass er nicht wirklich im laufduell er kommt nicht ins laufduell und du weißt auch schon er wird den ball nicht bekommen beziehungsweise es wird nicht ausreichen um sich zu behaupten dann gegen den innenverteidiger oder so und dann denke ich halt immer jedes mal ich kann mich nicht zurückhalten es tut mir auch leid aber ich denke jedes mal an die szene von jovic gegen mailand ging inter jedes mal in in mailand wie er diesen ball da noch geholt hat obwohl er hinter dem abwehrspieler war und was für ein tempo das dann war und an solche momente denke ich dann und wünsche mir halt sowas also einen stürmer der das kann weil wir haben ja so einen schnellen spieler mit kostet zum beispiel aber der steht halt nicht vorne drin direkt ja klar du müsstest theoretisch silber müsste eigentlich fünf meter schon vor dem abwehrspieler sein aber dann kannst du ihn halt nicht anspielen weil dann steht er halt konsequent irgendwie im abseits um da halt irgendwie das ist halt irgendwie schwierig der kocht den abwehrspieler dann halt nicht mehr mit seinem tempo ab weil er es halt eben nicht hat es ist auch nicht schlimm also er ist halt einfach nicht der spieler typ dann brauchst du einen anderen dafür neben ihm oder keine ahnung ja wenn wenn er das noch hätte dann keine ahnung weiß nicht wer ist einer der besten stürmer überhaupt er braucht halt dann die möglichkeit halt in die gefährlichen zonen reinzukommen weil wenn er da ist dann hat er halt auf jeden fall den ganz klaren vorteil und er braucht halt irgendjemanden der ihm den ball dann halt auch schön in den fuß spielen kann dann wäre er halt wirklich ein extrem gefährlicher spieler da vorne das ist es ja das ist dann wäre da wäre die eierlegende wollen wir nicht so kann man sagen ja und wir sind schon so sehr glücklich dass er so wunderbar performt und er hat jetzt schon seinen marktwert extrem in die höhe getrieben aber bleiben wir doch vielleicht gerade mal noch ganz kurz bei den leuten die wir die momentan viel gerüchtet werden also ich meine wir haben schon also ich habe mein spieler profil schon ein bisschen klar gestellt bin da aber natürlich auch flexibel muss aber auch sagen je öfter ich von von lammers höre desto interessanter finde ich diese personalität mir muss ich ganz ehrlich sagen auch bis bis zu seinem wechsel eigentlich zur atelanta bergamo habe ich nicht so wirklich von dem mitbekommen und weil aber halt natürlich zur atelanta gewechselt ist habe ich dann mich näher mit ihm befasst da funktioniert es nicht so hundertprozentig gab ja jetzt auch schon wir haben ja eben schon die aussagen dazu gehört aber ich sage mal so laie mit kaufoptionen würde ich schon sehr sehr smart finden vielleicht ist es ist genau das generellen konstrukt was uns helfen könnte also laie mit kaufoptionen dass du die möglichkeit hast nicht nur jemanden auszubildenden geht er wieder weg diese gefahr die wir ja immer wieder erkannten und schon öfter gehabt haben aber jemand erst mal ranzuziehen für ein halbes jahr bei uns nicht nur zu parken sondern größer werden zu lassen und dann werden die karten eh komplett neu gemischt weil ja ich habe auch vielen dank im chat die auch geschrieben haben ja pacienzer der wird auch zurückkommen und juwel jetzt auch ja ist richtig aber du weißt nicht was die beiden im sommer machen passen pacienzer nach einem halben nach einem jahr auf schalke vielleicht dann irgendwie auch keinen bock mehr auf die eintracht hat kann genauso gut sein ja also es ist alles nicht in stein gemeißelt und wenn ein gutes angebot kommt im sommer dann wird die eintracht sich auch sowieso noch mal irgendwie anders entscheiden müssen wir wissen nicht was mit joveli jetzt vielleicht schießt er jetzt noch 20 tore und dann kommt ein anderer verein und sagt hier eintracht bei euch war also ein bisschen mäßig funktioniert aber hier wir haben jetzt gesehen in österreich war das bombe wie sieht es aus wir bieten euch sechs millionen cash in the cash und dann läuft der dax und dann würden würden die vielleicht auch sagen okay machen wir also insofern das ist alles in stein gemeißelt und wenn wir da jemand mit kaufoptionen bekämen würde ich das gut finden ja also ich glaube das ist tatsächlich auch eine ganz gute variante dieses thema laie mit kaufoptionen weil wie du schon sagst im sommer werden die karten noch mal neu gemischt wer weiß was an an abgängen dann vielleicht tatsächlich noch passiert wie der kassenstand bei uns aussieht dann haben wir auch wesentlich mehr klarheit wie die saison verlaufen ist und ob man tatsächlich jetzt hier geld erwirtschaftet hat oder vielleicht dann doch irgendwie wegen corona und abschneiden in der tabelle ein bisschen geld verloren hat und man hat vielleicht auch wirklich eine andere verhandlungsposition weil man wünscht es keinem aber man weiß ja auch nicht wie das aussieht als anderen verein vielleicht dann halt auch schlechter geht und man dann da noch mal die möglichkeit hat so einen preis halt auch noch mal irgendwie um einen gewissen prozentsatz zu drücken also wäre zumindest ein smarter move und wir haben ja in der vergangenheit auch durchaus gezeigt dass diese option mit laie und so weiter durchaus auch eine ist die wir können ja auf jeden fall also ich denke das das haben wir mehrfach gezeigt das hat immer wieder funktioniert wir gucken rebisch oder rebisch ohne ihn jetzt zu oft ansprechen zu wollen auch das war ein gelungenes konzept ja ist ja auch genauso bei uns gestartet gibt viele andere positiv beispiele interessant nur mal ganz kurz wir reden natürlich schon komplett in der gegenwart und haben eigentlich gar nicht wirklich darüber gesprochen wie uns wie es uns ergangen ist mit dem transfer von von dorst war uns für uns das alle cool oder oder hat der ein oder andere von euch damit gehadert das war nur mal eine frage ich noch mal in raum stellen ist eine gute frage ich fange direkt mal an mit dem antworten ich war ja nie der wirklich große dost fan von daher fand ich war ich jetzt nicht zu traurig als dieser wechsel kam mich hat tatsächlich dieser zeitpunkt ein bisschen überrascht ich könnte mir aber halt auch vorstellen dass das jemand brügge war ja auch so dass die schon vorher wohl des öfteren sich mal irgendwie gemeldet haben und ja auch der spieler da nicht so ganz abgeneigt war und von daher war es für mich schon so ein stück weit nachvollziehbar weil erstens glaube ich oder zumindestens für meine wahrnehmung dass da so ein bisschen versprechen schrägstrich erwartung mit einhergegangen ist hier bei allem was er geleistet hat nie so ganz erfüllt hatte und ich glaube auch in dem fall dieses ganze kader atmosphäre thema an wesentlich höheren stellenwert hat und da dann irgendwie jemanden drin sitzen zu haben der da irgendwie überhaupt keinen bock hat gerade da zu sein weiß ich nicht ob das so eine schlaue variante gewesen wäre von daher war es für mich schon nachvollziehbar auf jeden fall zeitpunkt du hast eben gesagt 24 war ein bisschen lustig bekannt gab man hat es ja ein zwei tage schon vorher gehört man muss wusste schon in welche richtung das geht aber als es eingeschlagen ist patricia hattest du damit gerechnet weil das die sache war ja im sommer schon mal heiß mit brügge ich habe eigentlich gedacht dass der käse das gegessen ging es dir da ähnlich oder wie war das für dich ja es war auch so ein bisschen wie rené schon gesagt hat der zeitpunkt also bei mir hat dann direkt das gedankenkarussell angefangen okay wenn wir ihn jetzt abgeben was irgendwie nachvollziehbar ist aus vielen sichtpunkten wir brauchen halt einen ersatz und da war halt schon dieser punkt dass ich mir dachte das könnte schwierig werden weil das muss schnell gehen man ist in einer nicht besonders guten verhandlungsposition wenn alle anderen vereine auch wissen dass da was passieren muss und im gegensatz zu einigen anderen ich habe öfter mal gelesen dass manche sagen so dringend muss doch gar keiner geholt werden naja doch man kann halt nicht davon ausgehen dass silva gesund bleibt sich nicht verletzt und dann brauchst du auf jeden fall jemanden zumal ach auch immer noch verletzt ist also wenn sich silva jetzt morgen verletzt was passiert dann dann haben wir auch ach nicht und ja das muss jetzt halt schnell gehen und das ist eine ziemlich unangenehme situation jetzt deswegen hat mich das da schon so ein bisschen also der abgang an sich hat mich jetzt nicht so überrascht aber einfach dass jetzt diese situation so plötzlich da ist wiederum schon so ein bisschen also es macht es ist ja es macht es ein bisschen schwierig insgesamt damit umzugehen gerade auch mit dem vollen terminkalender im januar wo du das pokalspiel über das wir gleich noch kurz sprechen werden hast wo du dann darauf folgende englische woche hast du hast glaube ich innerhalb von drei wochen hast du sieben spiele die du irgendwie abreißen musst also da hätte man vielleicht auch drüber nachdenken können zu sagen okay der kerl geht halt nicht direkt wenn das transferfenster aufmacht sondern der geht halt erst irgendwie in der vorletzten januar woche und wir haben dann da halt noch mal so ein bisschen optionen weil die fehlen uns halt jetzt definitiv ja das ist mal zumal du jetzt auch bedenken musst ähm jetzt habe ich vergessen was ich sagen wollte okay marvin tut mir leid ich hoffe du dir fällt es gleich wieder ein aber was ihr beide sagt das ist total wichtig und du darfst auch nicht vernachlässigen wenn wir jetzt nur bei der personalia silver bleiben der wird auch noch mal ich glaube er hat jetzt erst mal ein zwei monate pause aber dann gibt es auch irgendwann wieder länderspiele und ich glaube spätestens im märz gehen die ganze länderspiel sache wieder los und das ist dann auch das ist crunch time das ist für ganz ganz stellen wir mal vor wir würden weiterkommen im pokal so dann werden wird in dieser zeit dann vielleicht auch die nächste runde sein und dann hast du sehr sehr viele wenn alles auf eine person da vorne zentriert ist das ist de facto zu eng ja ja und ich meine ganz ehrlich das sind dann auch glaube ich portugal hat dann nicht so die knallerländerspiele keine ahnung ich glaube aserbaidschan ist dabei und also weißt du das ist machbar sage ich mal aber das ist trotzdem eine belastung und allein da eine option zu haben falls er ausfällt das wäre sehr sehr sinnvoll das wollte ich noch ja und auch das ist dann vielleicht auch so eine diskussion die du vielleicht auch mit so einem spieler nicht wirklich dann führen willst du kannst natürlich auch immer sagen so nach dem motto du darfst jetzt halt einfach nicht zum länderspiel weil wir brauchen dich hier aber das musst du so einem spieler der halt auch gerade vielleicht versucht sich da so ein bisschen zu etablieren der muss das dann halt auch erst mal erklären das sind halt auch alles so diskussionen die man eigentlich gerne vermeiden wollen würde naja auch wenn jemand so scort kann es ihm eigentlich nicht verweigern dass dann auch in der international die internationale bühne ist dann eben das länderspiel und das musste auch im silber dann zu stehen eine sache würde ich gerne noch ergänzen zu dem zu dem los wechsel weil ich mich muss wirklich sagen ich bin überrascht dass ihr nicht noch ein bisschen so so wow dass das dann kam klar es hatte sich irgendwie dann doch schon angekündigt auf der anderen seite muss ich sagen das hat mir gezeigt wie dringend die eintracht auch geld braucht und auch die aussagen von bovic der ich weiß gar nicht war glaube ich vorm spiel am samstag bei sky der sagt ja keiner ist unverkäuflich weil es hieß dann ja wie weit gehen sie denn da wer könnte das das macht mir dann in gewisser hinsicht schon ein bisschen angst auch weil man sieht ich glaube und marvin oder ich weiß gar nicht wer von euch schon angesprochen hat einen adäquaten ersatz denn dost klar man kann ja darüber streiten war es jetzt der beste spieler den wir vorne haben nein war es jetzt nicht hat silva hat es definitiv da vorne mehr gerockt auf der anderen seite es war ein solider spieler der auch jetzt gerade wenn er fit war ganz gute leistung gezeigt hat und ich glaube dass es super schwierig wird mit den finanziellen mitteln die die eintracht jetzt zur verfügung hat da einen adäquaten ersatz zu bekommen das heißt wir verschlechtern uns wahrscheinlich auf der position und da hätte ich doch lieber die zeit gehabt als eben kein corona war und nicht im endeffekt hier auf teufel komm raus dann spieler verkauft werden auch wenn ich weiß ihr habt es auch schon angesprochen auch andere punkte noch dazu gezählt haben dass eh schon der wechsel dost wollte ja dann auch unbedingt die stimmung war dann irgendwie schlecht also es kam dann auch viel zusammen trotzdem hat es mir ein bisschen angst gemacht ich hoffe einfach dass wir in der winterperiode nicht einfach noch spieler abgeben auch sonst ein bisherigen karte an die wir noch gar nicht gedacht haben wo wir sagen ups jetzt haben wir noch einen weg und holen dafür dann noch jemanden ich weiß gar nicht auch die spieler ihr habt jetzt schon angesprochen dass wir hier sam lammers ist normalerweise wenn der wenn wir den bekommen könnten super geil weil er absolut über dem niveau ist was sie uns eigentlich momentan leisten könnten wenn das mit einer leihe funktioniert ideal nur ich glaube wir müssen hier wirklich kleine brötchen backen und ich hoffe einfach dass wir die performance die wir jetzt die letzten spiele gezeigt haben und dings einfach so aufrecht erhalten können und der karte nicht noch geschwächt wird das ist eigentlich meine angst was ich wo ich gedacht habe okay jetzt haben wir dost verkauft einen ersatz zu bekommen der dieselbe performance sofort auf den platz bringen kann der auch die bundesliga kennt und so weiter und so fort sind ja alles faktoren die dost mitgebracht hat wird glaube ich schwierig und da habe ich einfach angst dass wir eventuell sogar noch eher an spieler verlieren als dass wir hier eher unseren kader noch ein bisschen aufhübschen also ist eigentlich der punkt der mir bei dem dost transfer ein bisschen aufgestoßen ist und auch bei dem interview am samstag von bobbitsch wo ich gedacht habe huch das klingt ja aber so als wäre wirklich die kasse so leer dass wir wenn geile angebote kommen hier wirklich noch überlegen nicht noch den ein oder anderen abzugeben aber meinst du wirklich dass das dann ein winter transfer thema ist ich glaube das wäre wenn dann wahrscheinlich eher ein thema in der sommer transfer phase oder sowohl als auch also ich kann mir schon vorstellen dass wenn das angebot passt und es im system irgendwie funktioniert es scheint ja so zu sein dass wirklich dringend dringend geld gebraucht wird um hier verbindlichkeiten oder auch das system langfristig nicht zu schädigen das sind ja immer die aussagen wir wollen jetzt im endeffekt vielleicht den ein oder anderen euro einnehmen damit wir langfristig weil keiner weiß jetzt kam ja heute wieder der scheiß dass das solche verlängert wird keiner weiß wann wieder zuschauer kommen und so weiter und so fort also ich glaube schon dass wir da als eintracht frankfurt leider kleine brötchen backen müssen also es ist einfach ob das jetzt im winter passiert keine ahnung patricia willst du einhaken oder soll ich wolltest du gerade was sagen nee du kannst ruhig okay alles klar ich glaube es ist schon ziemlich fest und das hatten wir glaube ich aber fußball 2000 schon als öfteren gesagt und daran kann man sich schon wirklich festhalten die tatsache dass bis sommer der plan so oder so durch kalkuliert ist dass die eintracht ohne fans zu rande zurechtkommt gab ja gab ja auch eine bürgschaft das ist auch das wurde alles hier so wohlwollend aufgenommen das ist tatsächlich auch gar nicht so wenig gewesen dass es da rüber gar keine ganz großen diskussionen gab muss man übrigens auch mal sagen es zeigt auch welche sympathie der eintracht immer wieder entgegenschlägt es gibt andere die würden für weniger wahrscheinlich mehr einen auf den deckel bekommen ja also der eintracht ist ein durchaus finanziell erfolgreicher verein der aber jetzt auch mit dieser bürgschaft leben muss und das heißt irgendwann muss auch zurückgezahlt werden also man kommt bis zum sommer auf jeden fall damit klar es muss denn es keine verkäufe geben ja also das ist ziemlich sicher dass es keine verkäufe geben muss aber wenn du natürlich dann siehst bei bastos der den anspruch hat vielleicht auch international noch zu spielen diese möglichkeit hat er ja da de facto gehabt oder hat er jetzt und gleichzeitig wird viel von seinem wird sein gehalt übernommen also die faktoren sowohl harte als auch weiche faktoren funktionieren und passen und die passen auch für die eintracht weil die eintracht ja auch was bekommen hat ja ist ja nicht so als würde es gehalten und weg sein dann muss man natürlich sagen dann kann ich das auch absolut nachvollziehen dass die eintracht das dann annimmt diese diese möglichkeit auch diese finanzielle savings möglichkeit und auf ihrer seite dann jetzt nach ersatz sucht aber gleichwertig wird müssen wir abwarten ich glaube übrigens trotzdem deswegen will ich das alles gerade verbinden dass es absolut möglich ist dass noch jemand geht ja aber das ist eher ich würde nicht sagen dass die erste gerade geht ich würde hier darüber nachdenken dass das leute wie denn da koste vielleicht noch einen anderen verein suchen vielleicht passiert auch noch mal was mit schalke wobei wir da aktuell jetzt nicht so wirklich viel glück hatten wenn ich mir reno angucke der jetzt wieder von fährmann verdrängt wurde wenn ich mir angucke das patient ja naja also das funktioniert auch nicht so wirklich also denn da koste gab ja auch mal das gerücht dass er vielleicht mit meins ja in verbindung beziehungsweise überhaupt mit meins spricht auch das sind alles optionen ich kann mir vorstellen dass noch was passiert was ist mit willems eine personalie im sommer läuft der vertrag aus oder eigentlich doch noch ja also keine ahnung müssen wir alles abwarten also es ist noch bis februar noch ein bisschen zeit also ich glaube es gibt in der tat so ein paar spieler wo man sich gedanken drüber machen könnte die da jetzt mal noch auf den markt zu stellen oder wo man ohne dass es das spielsystem zu gefährden die halt tatsächlich abzugeben willems wäre in der tat so ein kandidat da koste wäre für mich so ein kandidat aber dann hört es halt auch relativ schnell schon wieder auf und die spieler die halt tatsächlich irgendwie geld bringen würden wie ein kostet und hinteregger und indica und so vielleicht die kannst du alle nicht abgeben weil dann würdest du halt wirklich dein spielsystem nachhaltig schädigen weil wir haben halt keine alternativen und wir müssen halt auch bedenken dass halt abraham auch noch weg geht und dann muss man sich halt auch die frage stellen ist das tatsächlich dann die innenverteidigung mit der man dann die rückrunde dort zu ende spielen will ja keine offenen fragen stellen ohne jemanden so ohne jemand konkret anzusprechen wollte ja jetzt auch keine unbedingt antwort darauf haben war eine feststellung okay ja hast du hast du auf jeden fall recht die frage ist dann natürlich wenn für mich was mich einfach nur beschäftigt hat waren dann so fragen wie beispielsweise spieler die die jetzt im system einfach nicht mehr so momentan relevanz zeigen obwohl das ja bei hütter wirklich nichts heißt wir haben das ja schon gemerkt er tauscht ja doch immer mal wieder um aber dominicor zum beispiel ist noch in einem alter 26 deutscher junger kerl in anführungszeichen der immer noch einen gewissen marktwert vielleicht dann auch hat auch wenn er die leistung jetzt nicht so gezeigt hat die frage ist wenn er in unser system nicht braucht wir aber geld benötigen oder gerne hätten ist das dann jemand der uns vielleicht noch verlässt denn das sind immer mal so spieler die sind zwar nah am kader vielleicht noch dran haben vielleicht auch noch potenzial oder wir kotzen fast weil die neun millionen die wir bezahlt haben kriegen wir eh nicht dafür sowas sind spieler wo ich dann denke okay vielleicht ist so jemand der oder rustic den wir ja geholt hatten ich weiß gar nicht wie wie da die situation aussieht spieler die vielleicht zwar eventuell nah am kader drin sind uns aber vielleicht dann auch genauso schnell wieder verlassen weil sie einfach dann doch nicht erstens die spielzeit bekommen zweitens den kader und das gehalt dann doch auch binden das geld ich weiß es nicht keine ahnung es ist einfach nur ich habe mir einfach nur gedacht ein ein dost dass er jetzt noch bis zum sommer bleibt und im sommer wenn dann die karten neu gemischt mal du hast schon gesagt ich dachte auch dass das gerücht rum wäre um sein transfer damals klar die ganzen gegebenheiten die jetzt dann waren bei dost ich habe keine ahnung ob das beim anderen spieler auch jetzt noch so passen würde war einfach nur was aber rein rein subjektiv kann es nicht objektiv jetzt belegen oder kann sagen hey der und der spieler hat jetzt die in die anfrage und da ist es und der fühlt sich nicht wohl der will uns verlassen ein plan rustic könntest du ja wenn dann nur verleihen weil der ist ja im sommer erst gekommen da wäre jetzt ja regeltechnisch überhaupt kein transfer möglich ja das richtig hast du recht ja wäre vielleicht halt auch nochmal eine option wenn man halt zumindest sagt er wird auf lange sicht hier nicht die möglichkeit haben zu spielen ihn zumindest zu verleihen und vielleicht zumindest die gehaltskasse noch so ein stück weit zu entlasten und ihm halt irgendwo noch spielpraxis zu geben aber auch das hilft uns halt einfach in der situation halt erstmal nicht richtig ja patricia hast du denn noch so einen wunschspieler den du jetzt letztens mal gelesen hast von dem du sagen würdest das wäre so dein number one pick ne ehrlich gesagt nicht wirklich weil ich mich da irgendwie bewusst ein bisschen rausgehalten habe also ich habe die gerüchte nicht so krass verfolgt also klar die namen habe ich aufgeschnappt aber ich habe die auch bewusst nicht gegoogelt und nachgeschaut so wer ist das was macht der keine ahnung weil ich weiß nicht warum es kann auch diese corona sache sein dass ich da gerade ich hatte da nicht so wirklich spaß dran es gibt ja so transferfenster wo du irgendwie richtig spaß dran hast was könnte passen und wer wird gerüchtet und du halb sich irgendwie schon so rein und hoffst auf einen spieler und das ist bei mir irgendwie gerade gar nicht ich hoffe einfach nur dass jemand kommt aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht wirklich mit namen beschäftigt ähm ich weiß gar nicht warum aber aus irgendeinem grund hatte ich keine kapazitäten dafür irgendwie das ist ja auch vollkommen okay also muss ja auch nicht das ist ja auch ich glaube es ist auch manchmal ganz gut wenn man aus diesem transfer kreis ein wenig ausbricht und deswegen war es ja vielleicht gar nicht so schlecht dass wir jetzt eben mal über die idealtypen gesprochen haben die wir irgendwie eigentlich haben wollten insofern gar nicht so verkehrt du wirst trotzdem nicht drum herum kommen irgendwann wenn wir noch den redline day haben hat aber noch ein paar tage zeit ist ja noch bisschen hin was glaubt ihr denn wie schnell dort jetzt eine eine transfer thematik über die bühne geht weil wie gerade eben schon angedeutet transferfenster ist ja jetzt gerade erst seit dem vergangenen wochenende auf und wenn ich das richtig im kopf habe dann haben wir die möglichkeit bis zum ersten zweiten das ist glaube ich der montag ähm da tatsächlich transfers zu tätigen jetzt hat die eintracht aber ja zwei wochen vor der brust wo halt auch relativ viele spiele schon stattfinden glaubt ihr da passiert jetzt schnell was oder wird das tatsächlich eher so eine last minute nummer denn das also ich muss sagen ich habe um nochmal das gespräch vor dem spiel von samstag mit bobic da auch zu zitieren in anführungszeichen er hat ja gesagt sie bestreben einen schnellen transfer eigentlich an er ist wohl mit angeblich fünf beratern oder fünf potenziellen spielern im gespräch und versucht da jetzt schnellstmöglich eigentlich einen abschluss zu finden was am ende und ihr habt schon richtig gesagt die alle wissen auch dass die eintracht das unbedingt braucht und dementsprechend das wird sich sicherlich noch die ein oder andere woche ziehen ich denke aber nicht dass wir diesmal bis zum letzten tag ausreizen also meiner meinung nach die eintracht wird es versuchen so schnellstmöglich zu zu fokussieren und fix zu machen weil wie du richtig gesagt hast wir ja auch im endeffekt dringenden ersatz brauchen der sich auch ein bisschen einleben kann falls worst case vorne eben unser system jemand weg bricht oder eben nicht mehr so performt und dementsprechend denke ich schon dass sich da alle beteiligten um schnellen transfer bemühen ich hoffe auch ich hoffe auch dass das relativ fix geht aber ja keine ahnung also ich finde es ja immer wieder spannend wie viele namen dann wieder gerichtet werden relativ früh kam ja der name jovic der uns teilweise schon in großer freudenstürme versetzt hat die die realistische betrachtung des namens ist ja dann wieder auf eine ganz andere art und weise oder anders zu sehen weil zwischenzeitlich war es ja dann so wurde er dann doch fast zur eintracht geschrieben hätte man meinen können und jetzt wird wieder abstand davon genommen es gibt sehr sehr viele faktoren finanziell war das für mich von anfang an relativ unrealistisch auch wenn man sich das natürlich wünschen würde aber ich glaube ehrlich gesagt schon dass die eintracht darauf dringt und schon relativ weit ist und so hätten sich nicht vor dem leverkusen spiel auf schon ein paar personalien sag ich mal festnageln lassen denn für mich war es schon relativ deutlich wie bezirks gesprochen wurde auch über andere optionen also wenn ich nichts in der hand hand habe dann spreche ich vielleicht ein bisschen anders aber auch da wir haben taktischen meister mit bobic der schon einigermaßen bescheid weiß wie er die anderen vielleicht die trotzdem auch in der warteschlange sind vielleicht noch ein bisschen weich kochen kann vielleicht war zirks ja auch nur nebelkerze wir werden sehen aber ich glaube das geht eher relativ schnell ich kann mir aber vorstellen dass wir dann bis zum ende des transfer transferfensters noch das eine oder andere erleben werden da hatte ja viel interessanterweise auch den aspekt angesprochen dass in frankreich vieles ja momentan eher seitlich läuft oder sideways geht weil der da mit der vermarktung beziehungsweise mit den tv geldern nicht mehr alles so so leicht machbar ist vielleicht fällt dann noch ein spieler für uns ab würde ich mir wünschen es ist nur trotzdem gerade ziemlich absurd weil wir in zeit von corona wo ganz andere andere sorgen auch finanzielle art haben wir wieder über ablösesummen sprechen ja aber gut das ist halt dieses bundesliga geschäft ja also ich glaube da kommen wir halt nicht drum rum um da über ablösesummen zu zu sprechen weil du halt wie du schon recht für ihn erwähnt hast den mangel an einnahmen und so weiter da halt irgendwo einpreisen musst schauen wir mal ich bin mal gespannt und vielleicht geht ja dann doch alles sehr fix und wir können hier in den nächsten wochen schon über neue spieler reden wäre auch mal was vielleicht ist sogar was dabei was uns gefällt so über was wir jetzt auf jeden fall reden müssen was uns nämlich hoffentlich auch allen gefallen hat oder sehr sicher allen gefallen hat ist das spiel vom vergangenen wochenende ich muss ganz ehrlich sagen ich hatte so ein bisschen sehr viel schiss vor diesem spiel weil nach einer kurzen winterpause wo du vielleicht jetzt auch wenig kraft holen konntest nicht so wirklich viel großzeit auch für vorbereitung hattest das war ja auch eher so ein balanceakt dann direkt gegen leverkusen spielen müssen die ja so mit eins hier bayern verfolger an der stelle sind da hatte ich ernsthaft schiss und hatte auch immer noch so ein bisschen ich werde es irgendwie nicht los dieses grandiose niederlagenthema da in leverkusen von vor anderthalb jahren im hinterkopf und hatte ernsthaft schiss vor diesem spiel und muss sagen die eintracht hat sich dafür mega gut verkauft und hätte meiner meinung nach sogar noch mindestens zwei tore mehr in diesem ding schießen müssen dann wäre das ein richtig geiles spiel gewesen aber auch so will ich mich da jetzt nicht beschweren wie war denn so euer erlebnis des spiels patricia erzähl du doch mal ja ähnlich also ich habe mir nicht viel ausgerechnet vorher einfach aufgrund der tatsache dass leverkusen jetzt nicht ganz so schlecht unterwegs war aber dann lief es ja doch besser als erwartet klar dieses frühe 1 0 war so ein bisschen also hat mich so ein bisschen runtergezogen und ich dachte so naja klar die hoffnung war da aber jetzt wird es ja wahrscheinlich irgendwie schlecht laufen aber dann hat man sich ja doch ganz gut gefangen hat sich viele chancen herausgearbeitet hat leverkusen auch richtig gut im griff gehabt finde ich also es gab spieler die waren komplett abgemeldet vor denen ich vorher irgendwie respekt hatte zum beispiel diaby habe ich überhaupt nichts von ihm gesehen genau wie schick ich weiß nicht ob schick überhaupt irgendeine nennenswerte aktion hatte in diesem spiel das hat mich dann schon sehr beeindruckt und deswegen war das ein sehr ansehnliches spiel und auch irgendwie überraschend also keine ahnung ob ich da die eintracht ein bisschen unterschätzt habe oder leverkusen ich glaube ich habe nicht leverkusen überschätzt ich glaube ich habe die eintracht unterschätzt und ja das lief ganz gut und war ja doch sehr erfreulich dann letztendlich also schick hat zumindest zwei torschüsse hier in der liste stehen also so ein bisschen was muss er gemacht haben aber er war wirklich krass abgemeldet ich finde patricia da hast du schon sehr sehr guten aspekt herausgehoben schick war echt also ich glaube wurde von hinten echt ordentlich auch weich gekocht ja sowieso muss man auch seine defensivleistung der frankfurter eintracht mit hinterherge abraham abraham hier ganz klar hervorgestochen als ohne scheiß dass der geht keine ahnung ich habe jetzt mal nachgeguckt 86 prozent der zweikämpfe gewonnen der ist einer der schnellsten spieler auf dem platz er hat auch nach so ist also mit einer der spieler die halt auch am meisten irgendwie gelaufen sind also der kerl ist ja nicht nur schnell sondern der ist ja auch konditionell extrem gut und mit der erfahrung also wie du schon sagst umso mehr der solche spiele abliefert umso mehr habe ich schiss davor wenn der dann in zwei wochen weg ist ja es ist schon krass das ist ja tatsächlich auch eine personalie über die man immer noch mal sprechen muss wer ihn dann gleichwertig hoffentlich gleichwertig wahrscheinlich unrealistisch entsetzen kann du hast mit indica jemanden gehabt neben seinen mikro wackeln der auch relativ sicher war ja und am ende patrice hat es sehr gut angesprochen die eintracht mit sehr vielen chancen im deutlichen ja emotional zumindest würde ich sagen chancen plus und dennis sie hätten noch mehr eigentlich draus machen können oder ach du jemine also da waren ja ein paar situationen dabei da bist du ja wahnsinnig geworden wieder diese frei ich glaube es war einmal junis und einmal kamada wo du denkst meine güte und hasebe das und hasebe normalerweise ein kasten bier in der kreisglasen musste ausgeben oder wie auch immer wenn du den nicht rein machst ich war wart ihr denn auch überrascht über die aufstellung also ich muss tatsächlich sagen hasebe auf der auf der sechs oder auch das kamada von anfang an gespielt hat wie wie überrascht war der denn eigentlich über die aufstellung oder habt ihr gesagt ja ach safe habe ich mir so gedacht kamada jetzt weniger die nummer dass hasebe das tatsächlich jetzt dann vor der abwehrkette spielt die hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht weil das jetzt nicht unbedingt der spieler gewesen wäre den ich da auf dieser position gesehen habe aber natürlich wenn du halt sehr viel auf auf konter vielleicht auch gehen willst und viele spieler hinten drin haben willst die in der lage sind so einen spielaufbau zu machen dann ist es natürlich schon eine relativ logische variante weil du hast halt damit sowohl sichere abwehr als auch leute hinten drin die halt diesen langen spielaufbau irgendwie machen können den sie ja dann am ende gar nicht gespielt haben sondern das ja tatsächlich dann auch spielerisch übers mittelfeld gelöst haben also das war im ersten moment so ein bisschen überraschend danach fand ich es aber einen sehr smarten move ja ja und die doppelt wegs hat ja besser funktioniert denn je eigentlich also seit langem mal richtig gut ja es war geil ich habe es aber auch mich hat das komplett überrascht also ich hätte nicht mit hasebe auf der sechs gerechnet also war für mich komplett überraschend aber wir sehen hütte ist immer mal wieder das alte österreichische schlitzhaus immer mal wieder für die eine oder andere überraschung gut ja ist jetzt kehrt ja mittlerweile wieder zu der einen oder anderen wechselsituation zurück insofern habe ich mich da wirklich abgeholt gefühlt und gefreut ja das hat kamala wieder gespielt hat klar der in der hin serie das eine oder andere auch oder mehrfach auch richtig gut gespielt hat auch in ordnung klar emotional ist es dann immer so dass ich denke naja so ein barkock wird mir aber auch ganz gut gefallen aber es geht patricia du nix aber es geht halt nicht immer ja ich glaube auch das ist so das ding du hast da drei ich weiß nicht ob mir alle zustimmen würden aber fast gleichwertige zehner dass die sich so ein bisschen abwechseln werden ist halt glaube ich ja liegt in der natur der sache also ich glaube nicht dass jetzt einer komplett seinen platz verlieren wird zumindest erst mal nicht außer keine ahnung wenn jetzt kamala fünf spieler am stück macht und die alle schlecht sind landest bei hütter auch mal ganz schnell auf der bank ist ja auch schon anderen personen passiert court zum beispiel spielt ja auch kaum noch aber erst mal sehe ich das nicht deswegen ja glaube ich diese rotation werden wir da öfter sehen was mir aber sehr gut gefallen hat was ho neben hazebe also so hat ein richtig gutes spiel gemacht die meisten kilometer gelaufen hat ja auch diesen diesen wunderbaren pass auf juden ist da zum eins zu eins gespielt also und der ist halt auch schnell also das ist halt auch das was du da im mittelfeld halt brauchst der hat sich glaube ich jetzt so richtig reingekämpft wenn der das jetzt beibehält und da vielleicht sogar noch eine schippe drauf legt dann wird das halt auch noch mal eine richtig geile nummer jetzt werden ja also na klar der muss das jetzt alles erst noch mal konservieren und bestätigen aber die situation dass er das jetzt mal ansatzweise gezeigt hat was er kann was er ja auch ich meine ganz ehrlich natürlich andere liga die ist das aber sowas hat er in der schweiz ja auch regelmäßig gemacht es ist halt genau das keine ahnung ob wir sehen werden vielleicht sagen wir in zwei spielen schon wieder okay hat es bei einem spiel gezeigt jetzt die letzten beiden spiele ist das fertig geblieben wissen wir nicht aber man sieht zumindest was auch ein hütter an ihm potenziell hat hat oder haben will und das ist natürlich jetzt die dieses konservieren und andererseits auch so wir haben über so positiv gesprochen finde ich vollkommen zu recht auch weil er defensiv echt viel probiert hat viel gemacht hat sehr aktiv war du hast schon gesagt sehr viel gerannt dass auf der anderen seite muss man auch sagen dass junus endlich mal sein erstes tor für die eintracht gemacht hat auch ein auch ein emotional wichtiger moment ja weil hat schon öfter probiert er kommt immer besser in diese mannschaft rein und er ist halt eigentlich jemand also das fällt mir immer noch schwer das zu glauben dass er bei der eintracht spielt weil das potenzial was er ja immer noch mitbringt das ist ja auch wirklich auf einem relativ hohen niveau anzusehen ja stimmt ja also richtig richtig geil auch wir schon gesagt habe das zum zum 1-1 der spielzug war natürlich richtig richtig genial was du aber merkst auch und das ist vielleicht auch was 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 so ausmacht oder wo er dann seine stärken ausspielen kann ist der wurde natürlich auch sträflich freigelassen von von leverkusen also ich weiß gar nicht habt ja die zusammenfassung noch mal geschaut gehabt also riesen riesen quadrat was er eigentlich um sich herum an platz hat und junus ja durch sein auch genial was er da macht er hat vielleicht ist ja vielleicht nicht unbedingt der super 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 schnellste aber durch seinen laufweg dann auch noch kommen die gegner gar nicht mehr die abwegspieler gar nicht mehr an ihn ran und das ist eigentlich was wo du merkst das ist dann die qualität auch wenn du vielleicht noch nicht hundertprozentig im saft bist oder vielleicht auch einfach ein paar tempodefizite trotzdem hast gegenüber den abwehrspielern das dann taktisch zu laufen wir sprechen es ja immer bei halse bauch an der ja auch durch laufwege sehr viel tempodefizite wettmacht und das fand ich einfach geil und wie du sagst ich glaube auch dass das schnell dazu führen kann dass der knoten platz bei so ist es auch so hat mir super gut gefallen er muss es jetzt einfach zeigen dass es auch kann und ich glaube dass er gegen starke gegner die dann auch viel platz lassen weil leverkusen die wollten das spiel machen die waren offensiv die haben mit zehn leuten hinter so gestanden so ungefähr also muss man natürlich sagen da war die da war die situation der platz war da und das wird hervorragend ausgenutzt und jetzt müssen wir natürlich gucken es gibt auch wieder spiel da müsste die eintracht wieder spiel machen ob das dann sowieso liegt oder ob dann eventuell dann anderer spieler noch mal spielen muss das mal einfach gucken aber das hat er in der situation hat es auf jeden fall hervorragend gemacht hat mir auch richtig gut gefallen genau und du musst halt auch sagen dass die eintracht hat sehr sehr viele chancen bekommen sehr viele auch ungenutzt gelassen erinnern wir uns an das an das potenzielle 2 zu 1 hätte er machen können ja also das da waren dinge dabei junis beispielsweise aber auch kamada der frei steht jetzt mal ganz ehrlich das ding davon von kamada der hat irgendwie platz der kann den ball annehmen der kann den luftdruck von dem ball noch prüfen der kann sich noch die schuhe binden die haare schneiden lassen die nägel lackieren und hat immer noch genug zeit das ding aufs tor zu bringen ja also und ganz ehrlich wirklich schlimm mann also das und da das sind so momente da ärgert man sich weil du weißt ganz genau es kann immer was passieren dann ist das hinti ding was irgendwie dann nicht nur irgendwie an die lande geht sondern vielleicht noch rein ja sowas kann ja immer passieren blut und wasser geschwitzt in der sekunde und dann ist es halt ärgerlich es ist nicht so passiert und man muss auch ganz klar sagen dass die eintracht die schwächen in der defensive der leverkusen auch gut ausgenutzt hat wir haben halt gemerkt dass mit weise ein spieler drin ist der normalerweise nicht auf 34 bundesliga spiele in leipzig wie schon sagen leverkusen kommt also also keine ahnung ich mag den auch so nicht aber ich finde es auch kein so richtig geiler kicker ja und dann hast du spieler die potenzial haben die gut sind wie tab soba und ta die auch nicht ihren besten tag hatten nicht umsonsten seien solche lücken dann geblieben und dann war es halt so dass die eintracht wirklich gut reingegangen ist wie gesagt es ist geil dass wir diese chancen arbeitet haben das ist erstmal positiv wenn man sie jetzt auch noch regelmäßig genutzt dann bin ich noch zufrieden dann können wir noch ein bisschen zufrieden auch schlafen aber das ist halt das sind halt die paar prozenten wir müssen auch ein bisschen was merken weil kann ich immer nur reden dass alles gut ist ja du musst halt schon auch bedenken ich meine jetzt in dem fall ist es halt gut gegangen wir hatten leverkusen da gut unter kontrolle auch wenn ich in diesen letzten vier minuten nachspielzeit die es da irgendwie gab irgendwie sehr gezittert habe also es waren glaube ich die gefühls längsten vier minuten die ich seit langem irgendwie erlebt habe aber es kann halt dann auch mal schnell nach hinten losgehen wenn wir jetzt dann auch mal gleich über den nächsten bundesliga gegner in ein paar minuten sprechen mit mainz da siehst du halt auch so ein stück weit was halt passiert wenn du halt chancen hast und sie halt nicht machst und dann halt gegen einen starken gegner spielst der dich dann halt vielleicht dann auch wieder outplayt und dann da halt zwei boden mehr macht es war so unnötig spannend einfach das hat mich auch so aufgeregt weil ich mir dachte okay immerhin sind sie jetzt so weit dass sie sich chancen erarbeiten da bin ich sehr sehr glücklich drüber weil vor ein paar wochen saßen wir hier noch und haben gesagt ich sehe nicht wie jemals eine kreative idee in diese mannschaft kommen soll bla 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 jetzt haben wir die chancen ja die verwertung lässt zu wünschen übrig manchmal kommt vielleicht auch noch worüber ich mich noch so ein bisschen ja nicht beschweren will aber schon beschweren will sind die 68 prozent passquote das finde ich auch so ein bisschen bisschen mau also ich fand das viel gar nicht so krass auf aber da gehen doch noch einige pässe irgendwie zum gegner die dann nicht hin müssten liegt vielleicht auch ein bisschen dran dass man halt nach risikopässen gesucht hat also dass man schon so ein bisschen schnell nach vorne und auf konter gehen will dann geht halt auch mal einer nicht so genau nach vorne und dann verlierst du den ball aber daran kann man in zukunft dann gerne auch noch arbeiten wenn wir hier gerade schon nach ein paar makeln gesucht haben aber ansonsten insgesamt bin ich sehr sehr zufrieden mit der leistung finde ich aber gut dass du es ansprichst ja also gut ist auch nicht so aufgefallen mit der passquote gut dass das ja doch da waren das ist echt also daran kann man noch arbeiten so auch dumme dinge also so kleinigkeiten wir wo wir dann einen einwurf dann direkt schon zum gegner wieder bringen wo auch so kleinigkeiten auch ich weiß nicht manchmal penibel gepfiffen aber ich weiß nicht wie oft in der bundesliga wirklich falsche einwürfe gepfiffen das war bei der eintritt tatsächlich der fall also so kleinigkeiten wurde zu leicht den ball einfach wieder weg gibst da müssen wir da sind so die dinge finde ich aber auch gut daran muss weiter gearbeitet werden ja denn in der blöden situation hast du dann nicht das glück dass dass du das über die zeit bringst das hat man schon oft genug nicht jetzt war es der fall und das ist gut aber daran muss man jetzt weiter arbeiten aber die nächsten spiele sind immer die schwersten wo ist das wo ist das ist weil zu viele menschen dann in einem haushalt wären gerade nicht anwesend also auch wir halten uns hier an abstands und hygieneregeln strikt strikt genau man hat schon wunderbar gesagt die nächsten spiele sind immer die schwersten bevor wir jetzt gegen das mainz spiel am wochenende sprechen müssen wir vielleicht auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen wir haben jetzt am vergangenen wochenende gegen leverkusen gespielt wir spielen aber sehr zeitnah schon wieder gegen leverkusen nämlich nächste woche dienstag im pokal und dann wird sich entscheiden ob man danach dann in der nächsten runde gegen rotwein 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 essen anstoß 3 du hast du die namen gelegt für anstoß 3 rotwein rotwein essen wäre ein grandioser name holzbein kiel ja großartig gegen rotweiß essen da möchte an dieser stelle noch mal anmerken was wäre das für eine mega geile auswärtsfahrt gewesen wenn wir hier noch mal gerade uns so ein bisschen über negative dinge aufregen wollen aber da vielleicht nicht so viel von was würdet ihr denn schätzen wie stehen denn unsere chancen auf ein weiterkommen nächste woche in diesem pokalspiel weil es wäre natürlich jetzt auch noch mal gutes geld in so einem winter transfer fenster wenn man über stürmer nachdenkt die man da vielleicht auch noch mal gut irgendwie mit einplanen könnte marvin ja also ach ich hasse das ich hasse das immer zweimal in so kurzer zeit dann gegen gegner spielt den man jetzt ja ganz gut angespielt hat gegen gespielt hat und so weiter und so fort aber es wird dann noch mal ein ganz anderes spiel ich glaube du wirst nicht mehr weiser da hinten drin haben dann gibt es bestimmt andere optionen ich habe so ein bisschen angst dass wird es da noch besser drauf ist ja der mir auch da schon ganz gut guten ansätzen echt gut gefallen hat ja keine ahnung die eintritt hat immer hat trotzdem weiter die möglichkeiten und ich hoffe dass die auch genutzt werden ich glaube die eintritt muss sich aber ein anderes konzept überlegen denn das wird dann so ausrechenbar wenn wir genau mit der formation wieder spielen vielleicht ist bis dahin ein neuer stürmer da vielleicht wird man aber auch diesen variablen faktor wie barkock wieder mit reinnehmen und dann vielleicht sagen okay wir gehen mit kamada mal raus kannst ja dann ein bisschen wechseln hat wenn er auf der bank ist so ein zwei wechsel sollen dann vorgenommen werden um ein neues flavor reinzubringen ansonsten ist gegen leverkusen ich bin echt ich ziehe meinen hut davor weil das war eine hinrunden mannschaft eine extrem starke bislang hinrunden mannschaft aber wir haben die möglichkeiten das ist wichtig und wenn wir dann wirklich gegen rot weiß essen spielen dann muss der dennis die geschichten erzählen von abgetretenen gästetoiletten ich notiere mir das mal denn es ist aufgeschrieben ist alles von fehlern das ist immer wichtig ja keinerlei erinnerung aber ich werde ich werde mal schauen was es archiv so hergibt ich bin mir ziemlich sicher es gibt bildmaterial das ist immer möglich obwohl das nahe zu zeiten war da hatte noch nicht jeder ein handy dabei das ist ja so schön also aber wichtig ganz kurz nur zu dem zu dem leverkusen spiel ich hoffe einfach jetzt zu dem kommenden dass wir es wieder so machen wie in der vorsaison leipzig war es glaube ich die wir zweimal erst im pokal oder war das so ja also das war auch ganz kurz hintereinander und da hoffe ich jetzt auch einfach drauf dass wir leverkusen dann gewisses trauma verpassen ob es so kommen wird muss man gucken ich denke schon dass wir mit einem gewissen respekt da auch also leverkusen wird natürlich ganz anders auftreten und das ist vielleicht das was uns hier der stil von leverkusen lag uns ja jetzt sehr gut dieses offensive die wollen das spiel machen und so weiter ich glaube dass wir da insbesondere im pokal doch deutlicher größere probleme haben werden weil einfach vielleicht mehr von der eintracht gefordert wird und wie wir hier schon in der letzten keine ahnung wie viele folgen immer gesagt haben die eintracht tut sich einfach immer noch schwer das spiel selbst in die hand zu nehmen und da die chancen so zu generieren wie wir das vielleicht gerne hätten spiele oder wenn die mannschaft eben sehr offensiv spielt können wir meistens auch etwas besser unsere stärken ausspielen also ich glaube wir sehen ganz ganz andere spiel als jetzt am am samstag was für uns natürlich nicht schön ist weil zumindest subjektiv waren wir auf jeden fall die bessere mannschaft objektiv sah es auch gut aus also ich denke es wird wenn die karten neu gemischt und leverkusen wenn sie auch nur ansatzweise an die qualität von der von anderen teilen der hinrunde ja was auspacken dann wird es wirklich schwierig also aber brinne du hast richtig gesagt das ist gut verdientes geld leicht verdient in anführungszeichen wäre natürlich eine schöne sache und essen ist natürlich danach dann auch kein unmöglicher gegner und auch kein unattraktiver gegner jetzt mal so rein vom das sowieso interessensfaktor her ja so schauen wir mal was da was da geht ist ja noch ein bisschen tatsächlich hin und wie man schon gesagt hat vielleicht hat sich ja bis dahin auch noch mal spieler technisch was getan wobei ich gar nicht weiß wie dann da die anmelde fristen und so weiter sind das ist ja dann auch alles mal irgendwie so ein schwieriges thema aber dann lass uns doch vielleicht erst mal jetzt in die nähere zukunft schauen wir dürfen nämlich am wochenende dann jetzt erst mal spielen gegen mainz am samstag 15 30 die ja ich hatte es gerade eben schon angedeutet am wochenende gegen die bayern ran mussten und da eigentlich wenn immer mal außer acht lässt was da irgendwie gerade abseits das platz so alles an hin und her vor und zurück alt neu varianten irgendwie läuft sind sie ja eigentlich gar nicht so schlecht da rein gestartet und sind ja 2 0 in führung gegangen und hatten auch das 3 0 mehrmals irgendwie auf dem fuß und waren dann halt nur irgendwie ähnlich wie wir mit folgetoren nicht so ganz in der lage und haben halt dann die quittung kassiert ja ich weiß nicht ist das sind wir jetzt tatsächlich wieder so einer dieser kandidaten wenn wir jetzt mal auf dieses spiel gucken wo der duschlige kellner wieder rauskommt und wir dann wieder vereinen die eigentlich gerade überhaupt keine punkte geschenkt haben müssen wieder unnötige geschenke machen patricia eigentlich ja ich kann es leider nicht verneinen aber also die situation gibt es halt her ich habe halt jedes mal trotzdem die hoffnung dass es einfach mal nicht passiert weil man ja auf dem papier und eigentlich auch auf dem platz die bessere mannschaft ist und mich das sehr sehr aufregen würde gegen meins zu verlieren mal wieder weil das jetzt nicht auch schon öfter vorgekommen ist naja jedenfalls ja es ist eine typische situation in der es passiert aber ich hoffe einfach dass es nicht passiert einfach weil man jetzt auch eine gewisse qualität hat man hat jetzt gefühlt auch sein system gefunden in dem einiges geht und einiges funktioniert die abwehr hat sich auch ganz gut gefangen da gab es ja einige wackelige momente aber wenn man leverkusen in den griff bekommt sollte man auch meins in den griff bekommen das problem ist halt nur wie funktioniert dieses system dann gegen den gegner der halt eben nicht spielt wie leverkusen und auch nicht so selbstbewusst auftritt wie leverkusen sondern der halt meins ist und vielleicht den ball lieber abgibt und dann haben wir halt wieder das alte dilemma was wir vor ja nicht allzu langer zeit auch schon gegen andere schwächere mannschaften hatten ob sich das wiederholt weiß ich nicht ich hoffe es nicht ach ich habe mich nervt es ich will eigentlich auch jetzt wirklich dass meins einfach mal absteigt ja also die haben jetzt sechs punkte die haben jetzt die haben sich jetzt einigermaßen ja man hätte zwischenzeitlich fast denken können sie sind wieder auferstanden das war sich bei schalke gedacht hat was jetzt irgendwie passiert was sehr unrealistisch ist bei diesem trainer ja wer christian groß holt der kann mir tatsächlich in 2021 echt nur leidtun was komplett eine schwierige kiste ist um es mal positiv zu formulieren meins steht da tatsächlich noch ein bisschen anders da also die haben wirklich ein ordentliches spiel gemacht auch mit also selbst jemand wie burkhard hat ein gutes spiel gemacht die haben ja auch gute typen also da wird mir basti jetzt widersprechen wenn das hören sollte denn die latzer auch als kapitän da kann doch was passieren ich glaube dass meins halt wirklich der wesentlich schwierige gegner jetzt sein wird aber auch hier wir müssen nicht immer der trottelige kellner sein wir können auch einfach mal ja was weiß ich eigentlich würde ich natürlich mit einem sieg rechnen wenn es ein punkt ist dann lasse ich auch mit mir verhandeln aber wir müssen dann halt dann eine woche später gegen ich glaube es ist dann eine woche später schon wo wir dann gegen ja die gegen schalke dann irgendwie mal punkten müssen da gibt es dann halt leider gar nichts da musst du drei punkte holen ja und ich sage ich sage mal so ein punkt gegen meins von mir aus ja weil die sind gerade im aufwinden ganz ehrlich da wird jetzt auch wieder ein bisschen was passieren die haben jetzt mit boos wenson neuen trainer vom fc liefering was irgendwie der fünfte farmverein ist von von red bull also was auch also furchtbare situationen die da sich dazu tragen dann ist heidel wieder zurück und hier roger schmidt ist auch wieder da also die mainzer dreifaltigkeit ist wieder hergestellt mal gucken also das wird ja so ein bisschen einen ruck durch diese mannschaft geben insofern wird es glaube ich echt schwierig aber wenn wir da mit einem punkt zu ran finde ich da auch zufrieden trotzdem angst ist mir da und bange angst und bange ist mir da nicht vielleicht fangt ihr auch erst nächste woche mit dem siegen an ja wobei ich also ich habe irgendwie keine lust uns da so klein zu reden ich habe keine lust die eintracht klein zu reden und ich habe auch überhaupt ich habe halt wirklich keine lust zu sagen ich gebe mich mit einem punkt gegen fucking meins zufrieden so ich verstehe das die am aufwind und wenn du 2 0 gegen bayern führst musst du ja auch irgendwas richtig gemacht haben keine ahnung ich habe das spiel nicht gesehen ich habe nur die zwischenstände gesehen und war einigermaßen verwundert aber ja klar ist das sind die nicht tot wie schalke wovor ich auch übrigens richtige angst habe aber dazu kommt auch wenn anders darauf möchte ich eingehen aber ich habe wirklich keine lust mich da jetzt kleinreden zu müssen und zu sagen ach ja wenn wir gegen meins endlich mal was holen wäre es ja auch gut nee ich will auch einfach mal gegen meins gewinnen wenn man deutlich die bessere mannschaft ist meins steht nicht umsonst dort wo sie stehen und klar hat meins individuell einige spieler die interessant sind die auch was können aber das ging bisher nicht zusammen und warum soll es jetzt ausgerechnet gegen die eintracht zusammengehen ich habe keine lust mehr auch wenn ich wahrscheinlich am wochenende wieder heulend im bett liegt weil es sich zum wiederholten male zugetragen hat dass man sich gegen meins blamiert hat und nein meins ist nicht die allerschlechteste mannschaft der bundesliga aber gefühlt schon sie sind halt schon nicht zu unrecht da unten wo sie jetzt sind und ja wie gesagt ich habe keine lust gegen meins zu verlieren und ich habe auch keine lust mich mit einem punkt zufrieden zu geben ich möchte gegen meins drei punkte holen so ich du hast mich überzeugt von mir aus haben wir auch drei punkte gegen meins und dann fand ich einfach nächste woche anzugewinnen ich kann damit ja auch sehr sehr gut leben also das ist durchaus leicht mich da zu überzeugen ja ja ich verstehe die angst auch so ein bisschen dahinter beziehungsweise nicht angst aber ich verstehe dass man sich nicht zu weit aus dem fenster lehnen möchte ja aber ja ich verstehe dennis was meinst du da kann ich doch überhaupt nicht widersprechen also patricia da da gehe ich voll mit also es ist natürlich diese berechtigte angst die wir immer haben als also auch wenn wir in einem aufwind sind das ist ja diese diese typische zweckpessimismus den wir hier eigentlich bei der eintracht immer ja zu trage tragen das ist ja eigentlich was wir was wir leben oder was eigentlich immer normal ist also zumindest bei mir ist es so wenn wir jetzt mal ordentliche spiele gespielt haben dann ist für mich automatisch schon aha da kommt dann dann mainz und schalke und der ganze aufwind dem wir jetzt hier die ganze gute stimmung dann ist er wieder flöten jetzt hast du überraschenderweise gegen leverkusen sogar dreifach gepunktet gegen gegen mainz da holst du dann vielleicht nur einen punkt und gegen schalke das ist immer wieder der deb der nation wie ihr schon gesagt habt da verlierst du dann am ende auch noch das wäre für mich auch total total ätzend das ist einfach in den in den genen drin im blut drin aber das muss raus das ist schrott und patricia ich gehe voll mit dir du musst jetzt einfach souverän am wochenende gewinnen gegen mainz und sie haben es definitiv verdient genauso wie die schalke eine woche danach dass sie einfach auch mal von der eintracht eine ordentliche klatsche in anführungszeichen bekommen es reicht ja schon 1 0 da sind wir ja schon alle zufrieden aber es muss einfach gewonnen werden und dann sind wir alle zufrieden also haken dran ich würde sagen wir überspringen die woche und dann ist alles in ordnung ja also ganz überspringen können wir sie nicht wir müssen nämlich jetzt noch über aufstellung reden bevor wir dann endgültige ergebnistipps hier abgeben so aufstellung gegen mainz trapp im tor safe so davor wieder mit der variante indika hinteregger abraham oder ändern wir daran was ne würde ich vollkommen mitgehen die die letzten wochen des abrahams mit der mit der eintracht bei der eintracht für die eintracht genauso so dann kommt wahrscheinlich schon die erste spannende frage wer spielt in der mitte vor der abwehr jetzt am wochenende waren es ja so und hazebe ändert sich da was dran bleibt das gleich was würdet ihr tun patricia ja gute frage ja ich weiß ja sebe und so haben mir in kombination ganz gut gefallen ich weiß aber nicht was ist mit rode war der jetzt leistungstechnisch einfach draußen oder ist der hatte der fünfte gelbe hatte der okay okay weil ich kann mir gut vorstellen dass rode wieder rein rückt und dann aber also so würde ich drin lassen weil der hat jetzt ein gutes spiel gemacht und vielleicht kann er es auch einfach bestätigen und vielleicht hat er jetzt seinen lauf gefunden würde ich ungern stören ist auch so der spieler der am ehesten noch was kreatives damit reinbringt und nicht so der zerstörer ist und daneben würde ich dann vielleicht sogar wieder rode einsetzen und hazebe noch mal ein päuschen geben einfach mal so in den raum geworfen er wieder zurück in die abwehr abwehr rückt und dafür indika tatsächlich raus rückt warum so unglücklich wie ich es finde eigentlich aber ich kann es mir trotzdem gut vorstellen dass hazebe ist ja eigentlich hier an der stelle nur er war ja im endeffekt einfach nur als die das das ich denke mal das system ist geboren worden weil rode einfach nicht zur verfügung stand und hazebe spielen sollte auch ne also es war im endeffekt für mich einfach eine umstellung die dann im endeffekt vielleicht dazu geführt hat dass wir jetzt im nächsten spiel wieder hazebe wieder den klassiker wie die die ganzen spieler auch vorher abraham hazebe hinteregger weiß ich nicht also mir hat es auch nicht schlecht gefallen und ich ich fände es auch schön wenn indika wieder spielen würde trotzdem realistisch gesehen könnte es mir gut vorstellen dass hazebe wieder in die in die dreierkette zurückrückt und ich gehe auch da mit patricia das rode und so auf der sech spielen ich würde aber indika wünschen und auch für die entwicklung des vereins dass wir eben genauso jungen spielern wie indika die chance geben dass es so bleibt wie ihr es gerade gesagt habt realitätsmodus könnte ich mir vorstellen dass indika wieder rausfliegt und hazebe dafür nach hinten und hinter elger auf die linke ja ich bleibe jetzt aber mal dabei dass ich mit hinter elger abraham und indika in der innenverteidigung bleibe hazebe rückt raus wir müssen auch wie gesagt das habe ich nicht noch mal wiederholen indika muss jetzt weiter spielen weil mit abraham geht dann bald einer das ich will jetzt nicht dass inna auch noch mal wieder raus rotieren deswegen hazebe geht auf die bank dafür kommt rode rein der nur wegen der gelben karte ich glaube fünfte was weiß ich fünfte gelbe karte raus gegangen ist also mit rode saw würde ich dann spielen dann auf der linken seite wie der kostet rechts ja am ende gehen wir mit rechts auch wieder mit durm es gibt jetzt nicht wirklich einen realistischen ansatz zu sagen er hätte jetzt so schlecht gemacht auf gar keinen fall er hat das so viel gemacht gegen leverkusen da fand ich war auch spielerisch so die ein oder anderen momente drin die durchaus man sich da sehen lassen konnte also von daher würde ich sagen ist da auch wenig bedarf an der stelle was zu ändern die frage ist halt jetzt liebe leute da gebe ich jetzt auch gerne mal wieder weiter was machen wir junus und kamada oder wird da geändert kommt da plötzlich barcode rein patricia es ist sehr schwierig im mittelfeld ich weiß es nicht ich würde persönlich jetzt irgendwie ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich jetzt team konstant sein soll oder team einfach mal wild durchmixen weil irgendwie jeder auch mal seine chance verdient hat zu spielen weil ich würde es halt barcode gönnen und ich finde auch barcode soll seine chancen bekommen genauso wie auch kamada seine chance bekommen soll junus würde ich aktuell nicht rausnehmen das ist für mich irgendwie keine option deswegen ich glaube ich würde sogar einfach barcode rein rotieren was nur auf meinem gefühl basiert und nicht auf irgendwelchen fakten die ich vorzulegen habe ich will irgendwie einfach barcode sehen ich bestätige dich da auf jeden fall drin patricia und ich sage dir auch warum ich den spielen sehen will weil eben diese pässe die er in den letzten spielen dann immer mal ja so diese eröffnenden ich sage auch mal so einen kleinen lupfer und sowas das siehst du normalerweise von kamada eben nicht so also zumindest nicht so häufig wie es dann doch ein barcode versucht und dadurch dass wir ja schon vorhin gesagt haben das spiel wird wahrscheinlich enger wir müssen das spiel machen bist du eigentlich auf so individuelle situationen denke ich angewiesen da ist denke ich barcode die bessere wahl als ein kamada der sicherlich auch seine qualitäten hat aber insbesondere in dem bereich ja vielleicht mal so eine öffnende pass kamada kriegt dann eher die chancen wenn barcode dann wenn wir dann 1 0 2 0 führen sollten hahaha dann muss meins das spiel machen dann kannst du mit kamada vielleicht auch vorne der ein bisschen mehr platz dann hat auch mehr reisen also ist ja immer so wir haben ja zum glück den luxus dass wir die spiele auch noch bringen können im laufe des spiels also ich würde tatsächlich mit barcode anfangen und kamada dann erst später bringen das ist ein guter punkt und zwar fällt mir gerade auch ein warum vielleicht mein gefühl zu barcode tendiert und zwar denkt er einfach weniger nach als kamada habe ich das gefühl und ich glaube dass es vor allem gegen so eine mannschaft wie meins die auch glaube ich noch schnell zu verunsichern ist mit einigen dingen eben weil die im abstiegskampf hängen und das ist eine nicht so einfache situation auch psychisch und so die sind halt noch zu verunsichern und ich glaube da ist ein spieler typ der einfach nicht nachdenkt was er macht sondern es einfach tut vielleicht sogar besser weil ich habe bei kamada immer noch das gefühl dass er zu oft nachdenkt was er jetzt tut und soll ich jetzt schießen soll ich jetzt noch mal abspielen und das wirkt dann so zögerlich und barcode bringt einfach eine andere präsenz auf den platz ich glaube das ist auch das was mir so das gefühl gegeben hat barcode ist vielleicht der richtige das wäre tatsächlich auch 100 prozent mein argument gewesen barcode zu bringen weil ich auch der meinung bin dass er weniger verkopft an der stelle ist sich nicht so lange in wie hat durm wie hat hier sag schon daum ist damals genannt gedankengefängnis befindet sondern halt einfach mal sagt von wegen ach komm scheißegal ich probiere das jetzt einfach mal was uns gerade wenn wir gegen eine mannschaft spielen müssen die jetzt wahrscheinlich nicht den 200 prozent offensiv fußball da abreißen wird durchaus helfen kann also von daher wäre auch mein votum da für barcode super für leute die weniger nachdenken eindeutiges votum hier machen wir das doch so zumindest was fußball angeht an anderer stelle bitte mehr nachdenken und wer sich an dieser stelle angesprochen fehlt genau richtig genau und ja schlurm ist glaube ich relativ alternativlos äh silva haben wir ja vorhin lang und breit darüber gesprochen gibt es jetzt nichts an der stelle völlig berechtigt auch auch zu recht ja ich würde auch gerne noch mehr tore von silva sehen tatsächlich ja das wäre noch so ein wunsch den ich an dieser stelle hätte wenn man sich noch was wünschen darf so und jetzt wünsche ich mir ergebnis tipps von euch und hier bei mir in der liste steht die patricia als erstes ja okay nachdem ich jetzt vorhin plädoyer gehalten habe warum die eintracht ja nicht gegen mainz verlieren soll kann ich jetzt natürlich auch nichts schlechtes tippen deswegen tippe ich jetzt 2 0 auf die eintracht 2 0 auf die eintracht sehr gut marvin die patricia hat mich abgeholt mit dem pep talk das heißt auch ganz klar für mich 2 0 für die eintracht ich sag 3 1 komm lass mal 3 1 3 1 der unisivo der wird uns irgendwie 1 1 schenken wenn er eingewechselt wird aber 3 1 okay davis ich glaube der chancenverwertungsknoten platzt erst gegen schalke und deshalb gibt es ein 1 0 für die eintracht natürlich ja natürlich und ich sag die eintracht gewinnt 2 1 kleines sicherheitsergebnis aber wir sind uns zumindest einig dass die eintracht dort mit drei punkten aus diesem spiel rausgeht was ja schon mal dann viel wert ist in dieser dann doch sehr engen saison und vielleicht auch zusätzlich noch mal motivation gibt für das was dann in der woche drauf kommt gut dann würde ich sagen begeben wir uns mal auf die zielgerade und sprechen mal über empfehlungen da hat sich nämlich hier schon was angesammelt und ich suche mal gerade den jingle raus der ist exakt hier und jetzt kommen die empfehlungen von und mit rené basti marvin und dennis so dann bin ich mal gespannt was ihr an empfehlungen da habt da hat sich ja schon was in unser dokument geschmuggelt ich weiß aber nicht wer von euch das eingetragen hat von daher bitte mal freiwillige vor ich gucke mal gerade was das ist das ist hier genau eintracht wie kriegen wir das wieder hin ist ein blogbeitrag den ich gelesen habe von glaube ich jemandem der uns auch folgt beziehungsweise ja auch sogar schon mal erwähnt hat also ein twitter user einer der offenbar schon ein wenig länger dabei ist dass der blog heißt auch geiler name rindswurst entfernung also finde ich großartig also allein allein für diesen namen gibt es hier schon drei drei sondersternchen auf jeden fall definitiv sehr sehr gut während ich jetzt gerade mal mein strom in das notebook stecke damit ich auch weiter mit euch parlieren kann warten sie mal ganz kurz sehr gerne wir warten so genau und er hat ein beitrag geschrieben wo er über all das spricht was er momentan so was er anfänglich mit der eintracht erlebt hat also es ist fast sehr persönlich also er sagte regelmäßig meine eintracht oder liebe eintracht es ist ein langer text der geht wirklich ja also wirklich eine ganze ganze weile aber es ist auch so ein bisschen ein abriss von seiner eigenen von seinem eigenen fantum und erfahrungen die er gemacht hat und den ja und der schleichende ja ich will nicht mal sagen tot aber es ist im endeffekt so die durchkommerzialisierung des durchkommerzialisierung des sports des fußballs der was er auch selber reflektieren finde ich immer sehr sehr gut auch gesagt hat was er auch willentlich ignoriert hat wir reden hier auch mal über oktagon wo wir auch wissen das gab es ja damals auch schon ganz 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 große probleme und mit denen die eintracht ja lange zu tun hatte auch und es ist natürlich immer weiter die schlinge hat sich immer weiter gedreht im endeffekt sagt er dass er stand jetzt ein bisschen fußball abgeschlossen hat das hängt nicht mal nicht nur mit der eintracht zusammen die er lange als bastionen auch seine für sein dafür halten gegen eine überkommerzialisierung gekämpft hat gleichzeitig auch mit guten präsidenten also ihr kennt ja das ihr wisst ja das für was die eintracht steht aber das jetzt gerade zur pandemie zeit auch ihm so ja wie soll ich sagen ein bisschen abfällig geworden ist und dass er auch nicht mehr fußball konsumiert in diesem maße dass er mittlerweile gar nicht mehr weiß wie hat die eintracht gespielt es ist nicht etwas was jeder von uns teilen wird und das ist auch vollkommen okay hier gibt es ganz klar ein clash zwischen beispielsweise einer jüngeren generation die wegen einzelspielern vielleicht auch eher zur eintracht gestoßen ist aber durchaus auch älteren fans die halt nicht mehr in diesem maße also einige davon die vielleicht sich gerade nicht mehr so abgeholt fühlen und das ist eine valide diskussion die hatte ich letztens auch in einem anderen freundeskreis geführt wo eigentlich relativ hart behauptet wurde dass das alles scheiß egal ist und dass die eintracht das alles super macht ich finde da gibt es durchaus nuancen und schattierungen die man durchaus kritisieren kann wir hatten zuletzt halt über den deutsche bankpark gesprochen deutsche bank kann man auch geteilt der meinung sein ob das einfach eine halt die teil die bank ist was ist damit überhaupt mit donald drum passiert naja schwamm drüber wir haben jetzt über da gab es auch so den ein oder anderen der ein bisschen das ganze kritisiert hat und genau so was wird natürlich auch in dem text verarbeitet und ich finde das ist ein lesenswerter text man kann auf jeden fall zu einem anderen ergebnis kommen für ihn ist es halt tatsächlich gerade so dass er nicht mehr dieses feuer hat es kann sein dass er es irgendwann wieder entfacht entfachen wird das geht uns ja vielleicht auch allen so dass wir gerade eine schwierige zeit haben und so vielleicht aber uns wir über uns über eine rinze wuster wieder freuen oder ein apfelwein oder was weiß ich vor dem stadion dann ist plötzlich doch wieder da das wollen wir ja nicht ausschließen aber dieses gerade dieses mischen zwischen der persönlichen sicht und halt der weitergegenden kommerzialisierung als kritik finde ich durchaus interessant dementsprechend lesenswert und ich glaube jetzt habe ich lange genug darüber gesprochen lest euch einfach durch nehmt euch die zeit ja also ich habe ihn jetzt noch mal überflogen er ist lang aber ich glaube da sind wirklich viele aspekte drin wo sich einfach beim lesen lohnt da noch mal drüber nachzudenken also ich werde mir den auf jeden fall noch mal durchlesen da braucht man allerdings einen moment für also von daher vielleicht wenn ihr das morgen früh hört kurz anhalten holt euch noch einen kaffee und dann setzt euch mal hin und lest das mal es könnte interessant sein ja also es lohnt sich auf jeden fall sehr gut und vielleicht dann auch könnte mir durchaus vorstellen dass da auch eine sinnvolle diskussion möglich ist es gibt ein kommentarfeld also von daher wenn ihr dort in eine diskussion gehen wollt dann nutzt vielleicht einfach auch die möglichkeit da noch mal des austausches er ist ja auch tatsächlich bei twitter also insofern reicht man ihn da auch und ja ich glaube eine sinnvolle diskussion da man muss ja nicht immer eine eine lösung finden es gibt da auch mehrere ansätze aber allein dass das immer mal wieder auch im bewusstsein der menschen relevant gehalten wird weil es tatsächlich ein valider punkt ist finde ich das ganz gut ja meinung bildet sich ja auch durch durch austausch und durch das akzeptieren wahrnehmung von anderen also von daher warum nicht ja lasst uns doch jetzt einfach mal nutzen habt ihr denn noch weitere empfehlungen gute frage hat mir denn empfehlungen reinbekommen per twitter oder so nein 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 alles klar haben wir in der tat in der tat nicht reinbekommen was heißt ist nicht ganz ist nicht ganz korrekt man hat uns per twitter hatte uns die eintracht immer den hinweis gegeben mit dieser bilddoku ich bin da so ein bisschen zurückhaltend ich habe sie nur in teilen gesehen weil mich dieses ganze konstrukt so ein bisschen abschreckt und ich auch sehr viel negatives da gehört habe also ich weiß nicht ich glaube wenn man das mit einem gesunden menschenverstand sich anguckt dann kann man da vielleicht irgendwie rangehen für mich war das eher so werbefilm von daher wäre ich da so ein vorsichtig aber vielleicht ist auch einfach mein mein hass auf die bild gerade viel zu groß ich weiß nicht habt ihr die gesehen in gänze gesehen habt ihr da irgendwie mehr ein blick ganz ehrlich nein ich habe nicht gesehen ich habe natürlich normalerweise ein journalistisches interesse daran aber irgendwann hört es hat auch bei mir auf dass ich dann sei also ganz ehrlich sind es ist natürlich ein werbefilm geworden journalistische distanz auch zu sowas ist ist relativ ich habe eine trailer angeguckt also nein ich habe auch von anderen kollegen gehört und kolleginnen dass die das eher schwierig fanden das kann man machen man ich glaube der ein oder andere da wird einem noch deutlicher wenn ich perfide machenschaften davor herrschen aber wenn ich jetzt heute wieder die schlagzeile sehe dass ein der schlager star bernhard bringt sagt peinlich dass wir so ins impf hintertreffen geraten sind das ist kann seine meinung sein das ist auch vollkommen okay dass man den schlager star bernhard bringt dazu befragen muss das ist natürlich auch wieder die bild zeitung ja also vielleicht sollte man auch experten befragen und es kann trotzdem richtig sein die aussage das eine hat mir am anderen nichts zu tun naja aber ich glaube es ist gut dass wir es auch hier darstellen dass man auch sagt man kann es ja trotzdem wenn die ein anderer immer das gut fand ist ja auch ganz spannend vielleicht gebe ich mir das nochmal aber das muss ich in einem zustand geben in dem ich guten mutes und ein ruhiges gemüt habe was auch nicht immer der fall ist also ich glaube wenn man sich bewusst macht dass das eher so werbefilm charakter und nicht irgendwie unabhängige doku hatte dann kann man zumindest mal was ich jetzt von vielen gehört habe so die ersten zwei folgen sind wohl okay und den rest danach kann man sich dann sparen weil dann hat man schon ein relativ gutes bild darüber wie viel von der thematik da ähm abläuft also von daher würde ich es jetzt mal so als halb empfehlung vielleicht durchgehen lassen an der stelle super okay dennis hast du noch was tatsächlich heute nein patricia tut mir leid äh nö ich kann euch chinesisches restaurant empfehlen aber das war es auch schon wieder das ist alles was ich über die feiertage gemacht habe ja dann warte mal lieber vielleicht noch bis zur zweiten januar wache du weißt ja klassischerweise ist ja so die erste januar woche noch die wo man an gute vorsätze und so weiter glaubt das lässt ja ab nächster woche dann wieder nach dann können wir da nächste woche noch mal drüber reden ich habe tatsächlich eine empfehlung da bin bin ich wahrscheinlich wieder absolut late to the party aber ich habe jetzt am vergangenen wochenende mit peaky blinders mit der serie angefangen ich weiß nicht habt ihr die gesehen ne die ist auf meiner liste aber ja solltest du unbedingt mit anfangen hast du sons of energy gesehen habe ich auch nicht gesehen schwierige kurs also peaky blinders ist tatsächlich also ich bin großer großer fan von sons of energy ich weiß gar nicht wie oft ich da folgen gesehen habe ich gucke mir immer noch liebend gern highlight clips auf youtube und sonst irgendwas an und ich heule auch immer noch wenn ich die schlussszene aus der letzten staffel sehe und peaky blinders geht in eine ähnliche richtung nur mit dem faktor es ist so england der 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 frühen 20er jahre mit ganz viel englischem und irischem akzent es wird genauso viel gesoffen und geflucht es ist einfach großartig und ich ärgere mich dass ich da ganz spät jetzt erst mit angefangen habe aber umso mehr freue ich mich dass es vier staffeln davon auf netflix gibt und die man einfach so hintereinander weggucken kann also großartig wäre sowas in der richtung mag mit so gangs und so weiter und alkohol und fluchen und zeug das ist genau das was ihr braucht sehr gut sehr gut ja ich fand auch ganz gut also ich habe es nicht komplett durchgeguckt weil ich dann irgendwann bin ich dann weiß auch nicht warum irgendwann bin ich dann ausgestiegen kannst aber deine deine lust dahingehend auf jeden fall nachvollziehen und wie gesagt fans of energy fand ich auch ganz gut aktuell muss ich sagen wenn wir schon bei serien sind wir haben sind jetzt wieder in der corona verlängerung dabei dann das heißt also serien gucken ist sowieso en passant jetzt gerade wieder ganz interessant und relevant guckt euch gerne mal cobra kai an das ist eine ganz lustige serie gerade so leichter für zwischendurch und eine serie die ich selber von der twitteria empfohlen bekommen habe the good fight ist eine serie die mir großen spaß macht gerade immerhin noch auf der suche bin ich nach einem wunderbaren playstation 5 spiel ich hoffe die kommen bald was mich langzeit dann daran hält dann gucke ich keine koparkai gibt es glaube ich bei netflix was ist mit good fight genau amazon prime amazon prime na gut okay ja sehr gut ja serien gucken sehr wichtig ich habe auch festgestellt ich habe im letzten jahr wieder deutlich zugelegt was serien angeht da sind so einige mehr auf meiner habe ich geschaut liste geguckt ich habe da noch mal ordentlich an menge zugelegt im letzten jahr also nicht nur ich habe an menge zugelegt sondern auch mein serien volumen hat an menge zugelegt patricia guckst du irgendwas momentan oder guckst du nix momentan bin ich glaube ich auf der suche noch her nichts direkt am laufen ich habe viel harry potter geguckt ich habe also eher filme ja die mal wieder durchgeguckt hast du alles durchgeguckt jetzt weil die jetzt auf sky kam jetzt ja nee wir haben die auf dvd also ganz old school und ne die haben wir über weihnachten und silvester so ein bisschen durchgeguckt ja war auch mal wieder schön geht immer geht immer eine eine sendung die ich tatsächlich im moment noch mal wieder angefangen hatte da hatte ich vor keine ahnung bevor der henry geboren war mal angefangen mit quantico wer auf sowas steht es gibt es auch auf auf sky auf jeden fall die ersten drei staffeln keine ahnung wie viel es mittlerweile gibt ist auch eigentlich ganz ganz interessant man muss aber dieses genre mögen guckt einfach mal rein ja wie gesagt kann man kann man gar nicht viel jetzt zu erzählen ohne zu viel zu spoilern auch rein gucken und gutes gehört ist halt nicht so mein genre tatsächlich von serien von daher fällt das so ein bisschen hinten raus aber kritiken waren zumindest ganz gute na gut dann haben wir doch da zumindest euch wieder so ein bisschen was an die hand gegeben wenn ihr jetzt hier in die verlängerte lockdown phase geht was ihr zumindest weg gucken könnt wenn es schon gerade nichts zu hören gibt ja dann würde ich sagen kommen wir jetzt zu unserem schluss kapitel für heute wir haben das housekeeping jetzt mal ein bisschen nach hinten geschoben heute weil es auch ein bisschen längerer part ist ich habe mir nämlich mal unsere oder eure unterstützung die uns entgegen gebracht habt im letzten jahr angeschaut und ich bin absolut begeistert und möchte an dieser stelle noch mal vielen vielen dank sagen für all diesen support den ihr auch im letzten jahr mit sicherheit auch mit im gewissen schwierigkeiten die der ein oder andere da draußen hatte trotzdem aufrechterhalten habt es ist noch mal mehr geworden was die finanzielle unterstützung von euch da draußen angeht es sind noch mal namen dazugekommen von menschen die uns unterstützt haben und es hat uns dazu verholfen dass wir jetzt das dritte jahr in folge ist es tatsächlich schon ich habe noch mal nachgeguckt uns hier tatsächlich auch einen kleinen teil aus der kasse rausnehmen können für all die zeit die wir hier in die podcast vorbereitung produktion nachbereitung etc stecken das ist alles nur möglich weil ihr da draußen uns unterstützt und ihr da draußen jetzt lese ich eine lange liste von namen vor also die nachfolgenden sendungen verschieben sich um ein paar minuten ich möchte danke sagen an ja bitte musik oder musik stimmt stimmt wir hatten doch mal irgendwann so eine wunderbare musik unter malung warte mal habe ich die hier noch auf dem soundboard es wäre natürlich basti wäre jetzt natürlich der ideale mensch um das vorzulesen aber perfekt gewesen wäre perfekt gewesen der ist leider heute abkömmlich ich glaube dieses hier ist es oh ja hier wir möchten danke sagen gut an dominik martin krischer stefan christian volker jens sebastian alexei sven robert christian moritz timo julian benedikt michael hans werner torsten florian mario immanuel john lisa christian julia martin anna maria bernhard max pablo kamen gero kai uwe david johanna jürgen jörg katrin simone matthias kerstin ute martin susanne konstanze christoph frederick michael tobias helga benito jürgen jürgen irene volker julia holger alexander jannik dirk heiko max jürgen mirjo janna falk maximilian patrick jörg steffen regine sebastian andreas dominik jan stefan ralf philipp heike johannis florian alexander caroline jessica christoph katja jan marco nadin thomas guido hendrik christian anna melanie dominik martin patrick matthias martin marcus christoph christine felix und ruben und dann haben wir da noch dominik jp nicolas andreas alexander thomas antje katrin kai thomas helmut thomas till moritz jens wolfgang florian jan julia dennis marcus thomas holger katja lukas felix damian susanne eric den bock heimer bub christian pablo kerstin philipp maria robert carola steffen graf jede flex 85 tomcat eric lukas jörn michael ralf frank jmc 1980 joachim rené caro sebastian chris daniel moritz r christian dennis und matthias vielen vielen dank für all euren support den ihr im letzten jahr dargelassen habt wir hoffen wir konnten euch die zeit trotz all der widrigkeiten ein bisschen ja überbrücken verbessern euch vielleicht auch so ein bisschen zum lachen bringen und hoffen sehr auf eure unterstützung da draußen und wenn dein name da jetzt nicht dabei war und du dich deswegen jetzt ärgerst dann guck mal auf eintracht-podcast.de nach da gibt es eine seite support da findest du alle möglichkeiten wie du uns hier unterstützen kannst vielen vielen dank vielen dank super dankeschön ja ich habe jetzt einen leisen merkwürdigen penetranten ohrwurm es wird zeit es wird es wird zeit die sendung zu beenden sehr wohl lieber marvin ich nehme deinen deinen hinweis gerne entgegen ja das war die erste folge im jahr 20 21 wir haben uns gefreut über die drei punkte und hoffen über oder hoffen wir können uns auch über drei punkte am kommenden wochenende und vielleicht auch ein weiterkommen im pokal freuen ihr nehmt diesen worten schon wir nehmen nicht vor dem pokalspiel auf und natürlich auch nicht am dienstag weil da ist ja das pokalspiel an sich deswegen nächste woche aufnahme am mittwoch tragt euch das schon mal in den kalender ein bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne restwoche ein wunderschönes fußball wochenende vielleicht habt ihr die möglichkeit mit ein bisschen schnee vor der tür corona konform irgendwie rodeln zu gehen bis dahin alles gute und wir melden uns in der nächsten woche in gewohnter art und weise wieder bis dahin macht's gut tschöö ey 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 Hey, hey, es kann auch von von Hey, hey, es kann auch von von Hey, hey, es kann auch von von